Ja, servus miteinander und herzlich willkommen zu einer heute wahrscheinlich gewohnt optimistischen und positiven Podcast-Folge. Man kann es kaum glauben, der Optimismus-Podcast schlechthin ist zurück mit dem Klassenhalt des FCN. Und ich möchte natürlich an der Stelle auch wieder unseren allerliebsten Mitgastgeber Konzi begrüßen, der heute wahrscheinlich freudestrahlend seine Meinung zum Spiel kundtun wird. Boah, ich werde heute so freudestrahlend über eine ordentliche Saison reden, ne? Das war ja mal so ungefähr, holy shit. Letzte Woche hat es nicht ganz geklappt, aber nach dem gefühlt einzigen Sieg der Rückrunde ist er heute auch wieder dabei. Herzlich willkommen auch an B-Club-TV. Großen miteinander, ja, ich freue mich auch mal nach einem Sieg da zu sein. Aber ja, Ende gut, alles gut. Und natürlich unser Standard-Gast, der kommt, wenn gefühlt kein anderer Lust hat. Dankeschön, dass du heute wieder dabei bist. Jeremias ist auch wieder da, servus. Servus, danke, dass ich da sein darf. Mal nach einem etwas, ja, unbewohntes Gefühl hier nach einem Sieg hier zu sitzen. Ja, es war wahrscheinlich die Überraschung des Wochenendes, die Überraschung, mit der kein Mensch gerechnet hat. Ich bin immer noch sprachlos vollkommen überraschend. Ich glaube, ihr wisst alle, worum es geht. Deutschland hat beim Eurovision Song Contest den zwölften Platz belegt. Fanzi, 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 wie überrascht warst du am Samstag? Ich war extrem überrascht, aber ich war auch ein bisschen von der Irland-Performance. Ja, die Irland-Performance hat eigentlich ganz gut die Clubsaison wieder gespiegelt. Du meinst drei Minuten reinschreien ins Mikrofon? Ja, Digga. Ohne viel Inhalt. Und wenn, dann war es traumatisierend. Das ist ein Vergleich, mit dem ich hatte ich nicht gerechnet. Aber das ist auch eine wunderbare Überleitung, denn es gab am Samstag nicht nur eine positive Überraschung, es gab gleich zwei. Hey, Konzi, wie hast du dich am Samstag gefühlt nach dem 3-0 einem Spiel oder einem Sieg, den wir wohl so in der Art und Weise nicht erwarten konnten? Ich war positiv schockiert. Kann man das so sagen? Also ich hätte echt nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich war eigentlich, ich war jetzt nicht wirklich glücklich, ich war mehr erleichtert. Sagen wir mal erleichtert, dass die Scheiße eigentlich endlich rum ist und wir nicht in Hamburg zittern müssen. Ja, das wäre wahrscheinlich sonst die bestankommendste Episode unseres Podcasts gewesen, wenn es nochmal spannend geworden wäre. Aber wir nehmen natürlich den Klassenhalt auch so mit. Wollen wir mit dem Positiven anfangen? Wollen wir mit der Mannschaft anfangen, die den Klassenhalt geschafft hat? Oder wollen wir kurz noch über die andere Mannschaft reden, die es nicht geschafft hat? Konzi? Wir können auch kurz nochmal die andere Mannschaft anschneiden. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Die Chance auf den Klassenhalt bei unseren Klubfrauen, die war wahrscheinlich geringer. Das ist die Chance auf ein gutes Spiel von Benjamin Goller. Ich wusste, dass ein Goller-Spurt kommt, oh mein Gott. Es hat nicht sein sollen. Unsere Klubfrauen haben leider 0 zu 4 gegen den neuen deutschen Meister verloren und sind deswegen in die zweite Liga abgestiegen. Ja, so ein kleiner Stimmungsdämpfvergleich zu Beginn des Podcasts nach einem Jahr heißt es jetzt damit leider wieder zurück in die zweite Liga. Zurück an den Falzner war ja ein bisschen schade, aber ich glaube, konnte man leider auch nicht so wirklich was anderes erwarten bei dem Budget. Naja, damit war es nach einem Jahr auch wieder vorbei. Aber immerhin hat es dieses Wochenende doch eine Mannschaft in Klassenhalt geschafft und über die wollen wir jetzt auch den letztlichen Podcast reden. Nämlich, unsere Herrenabteilung hat sich tatsächlich mal einmal in der Rückrunde gefühlt zusammengerissen und hat ein doch vergleichsweise souveränes Spiel an den Tag gelegt. Und eine Frage an Michel, ab welcher Minute hast du begriffen, dass der FCN heute mal nicht auch mit den gelben Trikots auf dem Platz stand, wie man es bei der Leistung von Elversberg eigentlich erwarten konnte? Tatsächlich, dass wir heute, dass wir am Samstag tatsächlich die bessere Mannschaft waren? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es hat sich natürlich ein bisschen gezogen, bis ich das realisiert habe. Ich habe ja auch erst mal über die Aufstellung ein bisschen philosophiert, weil ja, Felix Lohkämper stand auf einmal in der Startausstellung. Jetzt wusste ja keiner auch so wirklich, wieso, weshalb, warum. Ich habe doch gesagt, ja, jetzt fängt er langsam an, die Aufstellung zu würfeln. Aber ja, ich habe mich dann im Nachhinein auch eines Besseren besonnen und gesagt, ich werde nie wieder über eine Aufstellung was sagen. Also im negativen Sinn. Genau, und deswegen werden wir jetzt über die Aufstellung reden. Das ist ein sehr guter Punkt, denn ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten ich vor das Spiel bekommen habe mit, ja, die Aufstellung wurde zusammengewürfelt. Felix Lohkämper, wollen wir mal über Felix Lohkämper reden? Hat irgendjemand von euch überhaupt noch mal erwartet, auch nur für eine Minute auf dem Platz zu sehen? Der ist mir ein richtiges Mysterium, ne? Also irgendwie, diese Felix Lohkämper-Timeline ist immer so, der Bruder spielt, scheiße, verletzt sich im Training, ist vier Wochen weg, kommt wieder. Keine Ahnung, ob Startelf oder Einwechslung, ist egal. Trifft mindestens einmal, spielt das nächste Spiel, okay, jetzt gibt es 2,5 Spiel, spielt das nächste Spiel wieder scheiße. Vielleicht ist er auch wieder verletzt, vielleicht fliegt er komplett aus dem Kader, ist egal. Dann kommt er irgendwann wieder, Joker-Tor und dann geht er wieder. Das ist immer, das ist so dieser Felix Lohkämper-Kreis irgendwie. Der Felix Lohkämper, konstant ist der nicht. Ich dachte, der besteht einfach nur darin, gegen Magdeburg zu treffen. Das habe ich mir eigentlich auch gedacht, aber, oder Hertha. Oder, nee, Quatsch, nicht Hertha. Rostock. Rostock war es, Rostock. Und jetzt auch Elversberg, darüber werden wir nachher auch noch reden, aber war so eine Position, die man auch nicht so wirklich, finde ich, erwarten konnte. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, ob der aktuell fit ist oder nicht. Hat mich etwas überrascht, weiß nicht, um mal auch Jeremias mit ins Gespräch zu holen. Glaubst du, er ist aufgestellt worden, weil er irgendwie am fittesten war oder am meisten überzeugt hat oder weil einfach keine Alternative da war? Ich glaube, eher Letzteres, keine Alternative. Mit Andersson weißt du auch schon, was du da kriegst. Eher wenig Tempo vorne drin. Und ich glaube, unser Spielsystem war am Samstag wirklich schon drauf ausgelegt, mal vielleicht auch wirklich einen Stürmer steil schicken zu können. Das kannst du halt mit einem Lohkämper eher tun, als mit einem Andersson. Und ich glaube, die Laufwege hat er eigentlich ganz gut gemacht. Zu der Konzi, was der Konzi gerade eben noch angeschnitten hat, dass Felix Lohkämper irgendwie ein Spiel spielt, der nachher wieder drei Monate verletzt ist. Das ist irgendwie noch so die Light-Version und die Hardcore-Version davon ist noch so Hayashi, der da wirklich ein Spiel macht und danach wirklich drei Monate raus ist oder noch länger. Ich weiß gar nicht, der ist ja jetzt auch schon wieder verletzt, oder? Eben. Gegen wen war das nochmal? Ich glaube, Karlsruhe war da noch eine Halbzeit da und seitdem wieder einfach despawned. Der Mann, der Mann... Wer ist Hayashi? Der Mann, der uns mit Spagat, Spagator jetzt in Elversberg im Hinspiel zum Sieg geschossen hat. Ah, okay, okay. Verstehe. Hier schließt sich der Kreis, denn ja eigentlich ist Elversberg ja eine auswärtsstarke Mannschaft. Und dementsprechend war ich im Vergleich zum Hinspiel noch negativer gestimmt. Weiß gar nicht, was wir beim letzten Podcast gesagt haben, wie wir denken, dass das Spiel ausgeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das positiv war. Konzi, kannst du dich erinnern? Nö. Sehr gut. Ähm... Du musst auch mal ein bisschen hier... Wir müssen uns hier die Pelle zuspielen, wie der FCN in der ersten und zweiten Halbzeit. Ähm... Ja, womit wollen wir anfangen? Eigentlich wollen wir über die Offensive reden, die eigentlich doch in der ersten Halbzeit der Ziel funktioniert hat. Ich habe mir auch nicht verreicht, was da los war. Okay, okay, was heißt funktioniert? Ja, also wir müssen natürlich den Maßstab, den wir hier anlegen, der wird ja wahrscheinlich im Vergleich... Also der wird ja wohl eher die Rückrunde berücksichtigen. Der wird eher niedrig sein. Dementsprechend war ich in der ersten Halbzeit größtenteils begeistert. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber ich bin ja echt davon ausgegangen, dass Elversberg mal wieder sein Auswärtsgesicht zeigt. Die haben ja nicht umsonst irgendwie auf St. Pauli gewonnen. Aber bis auf einen Schuss von denen in der ersten Halbzeit kam ja eigentlich gar nichts, oder? Außer ein Tor, was aber erkannt wurde. Ja, also bis auf das Kopfballtor war es ja eigentlich kein guter Auftritt von Elversberg, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht auch, weil es der Klub nicht zugelassen hat. Weil im Vorfeld, wenn du dich mit den Leuten so unterhalten hast, im Stadion und vorm Stadion, also da war keiner irgendwie sehr positiv gestimmt. Ich meine, warum auch aufgrund der letzten Wochen? Und dann hätte sich das eigentlich auch sofort führen können, siehe auch Low Camper dann vorne drin. So nach dem Motto, ja jetzt weiß er überhaupt nicht mal, was er tun soll. Aber ja, sie sind halt wieder als Mannschaft aufgetreten. Sie waren sehr strukturiert und haben wieder den Fußball gezeigt, den sie ja ausgezeichnet hat, auch in den guten Phasen der Saison. Es war vor allem auch mal wieder irgendwie so ein bisschen was Kämpferisches. Nicht, dass du direkt so mit so einer, wie gesagt, kampflosen Leistung ins Spiel bist. Dass du halt wirklich mal gekämpft hast, weil du wirklich auch in zwei Kämpfe reingegangen bist und halt mal wirklich dem Gegner was entgegengesetzt hast. Das hat mir die letzten Wochen einfach auch wahnsinnig gefehlt. Und das hast du irgendwie von Anfang an gespürt. Hey, die sind aber heute irgendwie richtig im Spiel drin. Da geht vielleicht was. Ja, was das Pressing anging und so weiter. Sie sind richtig draufgegangen. Die hatten richtig die Gier, die ihnen irgendwie gefehlt hat die letzten Wochen. Und ja, also es war alles in allem ein runder Auftritt und ist dann auch darin gemünzt, dass wir endlich mal wieder Tore geschossen haben. Wobei ich da aber auch ehrlich sagen muss, bis zur 40. Minute hatten wir auch, glaube ich, mehrere Chancen, die wir einfach verballert haben. Und da habe ich auch schon wieder gesehen, wie Elversberg jetzt da irgendwie ein Tor macht und danach geht es wieder los und die gewinnen das Spiel am Ende irgendwie 2 zu 0 oder sowas. Aber er hat uns ja in der 43. Minute, glaube ich, Low Camper, zu sagen, erlöst. Low Camper auf Pass von Chan Usun. Also ein richtig schöner Steckpass, den er da schickt. Aber er hatte schon mal so eine Möglichkeit zuvor, den er dann aber nicht so geil abschließt. Wobei man sagen muss, der, den er dann ins Tor gemacht hat, also den er dann gemacht hat, der war jetzt auch nicht sehr platziert. Aber ja, nichtsdestotrotz stand es dann zum Glück 1 zu 0. Man weiß nicht, wie es läuft, wenn das Tor zählt für Elversberg. Aber er hätte, hätte, ne? Das stimmt, ja. Wir hatten, bevor wir mal kurz zum 1 zu 0 kommen, tatsächlich, ich sehe es ja auch gerade in der Wiederholung, wir hatten einige Chancen, auch du hast es angesprochen, durch Felix Low Camper, der ja, obwohl er Stürmer ist, gefühlt abschließt, keine Ahnung, wie ein Innenverteidiger. So stelle ich mir irgendwie einen Schuss von Konzi vor. Also irgendwie vollkommen unplatziert auf den Torwart. Da bin ich ganz wie Jeremia, da dachte ich mir dann auch, okay, also wir haben jetzt ein paar gute Chancen, auch Can Oson hat ja auch einen überragenden Schuss gehabt, den der Torwart von Elversberg dann noch gehalten hat, dass man dann eventuell so mit so einem 0-0 in die Pause geht und Elversberg dann in der zweiten Halbzeit mehr macht. Aber dazu sollte es ja nicht kommen. Wollen wir mal kurz über Can Oson reden, weil ich glaube, das ist im Rahmen des Spiels und auch aufgrund dessen, dass es die letzte Möglichkeit ist, über ihn zu reden, weil er ja die fünfte gelbe Karte passiert hat. Also nicht nur wegen der Vorlage, er hat er später auch noch getroffen. Es war eigentlich schon so ein Chancen-Oson-Spiel, wie man ihn vor allem vor Monaten gesehen hat, oder? Also nicht irgendwie wie in den letzten Spielen, wo man teilweise gemerkt hat, okay, wenn die Mannschaft nicht performt, dann kann er jetzt so als 18-Jähriger jetzt auch nicht besonders hervorstechen. Aber er hat eigentlich das Spiel schon mitentschieden, oder? Ja, also quasi war er ja auch der Mann des Spiels, wenn man so mit einer Vorlage, mit einem eigenen Tor und vor allem wie das Ganze dann natürlich auch wieder in die Wege geleitet wurde durch ihn selbst, war schon überragend. Und ja, er hat ja dann auch hier und da, wie du schon sagst, diesen Weitschuss, den dann der Torwart gut rausfischt. Und ja, aber auch so im Spiel wieder seine Aktionen, wo er dann auch mal ganz überlegt den Ball runternimmt und einen Gegenspieler aussteigen lässt und so überlegte Pässe spielt. Also er war wieder der Alte und da hat man schon auch gemerkt, dass das uns die letzten Wochen ziemlich abgegangen ist, dass er da halt sich ja dem Niveau der Mannschaft angepasst hat. Aber er ist der Man of the Match in seinem letzten Spiel. Das ist ja auch schön. Wir verträgten ja im Podcast schon gefühlt die halbe Saison die Meinung, dass wir ohne Can Uso und sehr wahrscheinlich mindestens eine Relegation, wenn ich sogar Abstiegsplatz belegt hätten am Ende. Wir können ja auch mal kurz über das 1-0 reden und über diesen geilen Pass, den er auf Felix Lohkämper im richtigen Zeitpunkt bringt. Also das muss ich sagen, für einen 18-Jährigen. Der war wunderschön. Ja, und also wirklich exakt im richtigen Moment. Ich dachte mir im Stadion noch, okay, der könnte vielleicht im Abseits gewesen sein. Nein, der war perfekt getimt. Vor allem bei Felix Lohkämper könnte man das eh denken, aber das war einfach geil gespielt. Ja, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, also beim 1-0 von Lohkämper, wenn ich mir das so im Nachhinein anschaue, ich dachte auch im Stadion, also ein guter Torhüter könnte den Ball vielleicht auch halten, oder? Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Der war tatsächlich eigentlich auch nicht weniger gut platziert wie der erste Schuss, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ist der dann rein. Aber wie du schon sagst, der guter Torwart kann den auch gerne mal rausholen. Wobei man sagen muss, also nach die Vorlage hat es tatsächlich auch verdient, zum Tor zu enden. Ich weiß nicht, war vielleicht auch ein bisschen Schicksal, dass der dann auch reingeht, aber das war ein sehr, sehr schöner Pass. Kurz vor der Halbzeit, ich glaube auch zum richtigen Zeitpunkt, ging es mit einer 1-0-Führung in die Pause. Also habt ihr tatsächlich, also wie war eure Stimmung, so nach 45 Minuten habt ihr das geglaubt, was die Mannschaft da gezeigt hat? Habt ihr gedacht, das ist ein falsches Spiel, das kann gar nicht unsere Mannschaft sein? Oder wurde Andy Wolfs U23 auf den Platz gestellt? Weil ich war schon ein bisschen verwundert, wo das herkam. Ich ehrlich gesagt auch, weil ich habe mir das absolut nicht erklären können, nach sieben teilweise katastrophalen Spielen in Folge, dann plötzlich so eine Leistung zu sehen. Also das war ja gefühlt ein komplett anderes Gesicht im Vergleich zu den letzten Monaten. Du denkst ja halt im ersten Moment, wie Konzi schon sagt, wo kommt es her? Also wieso jetzt auf einmal? Und natürlich war das jetzt unsere gute Halbzeit. War es ja im Endeffekt auch nicht ganz. Weiß ich nicht, also ob wir die Robert-Klaus-Gute-Halbzeit hier noch als Maßstab nehmen sollen. Aber habt ihr geglaubt, dass das tatsächlich heute der Tag sein kann, in dem man wirklich den Klassenhalt fertig macht? Oder habt ihr so ein pessimistischer FCN-Fan in Art und Weise geglaubt, okay, da könnte Elversberg jetzt vielleicht doch nochmal zurückkommen? Ich hatte irgendwie so ein bisschen was Positives, aber auch nach wie vor im Hinterkopf so, das kann alles noch kippen. Weil ja, Elversberg war in der ersten Halbzeit, wie eigentlich im gesamten Spiel, auch absolut ungefährlich. Aber ich hatte nach wie vor irgendwie im Kopf, gerade wenn wir jetzt mal in der zweiten Halbzeit in die Südkurve spielen, was ja auch nicht Standard ist, sage ich mal, bei unseren Heimspielen, kann das irgendwie noch so, ja, in die falsche Richtung kippen. Da muss eigentlich nur mal irgendwie ein Moment kommen, wo da wieder Unruhe reinkommt und dann kann das Spiel in den Bach runtergehen. Aber es kam halt dann irgendwie nicht. Ja, ich habe das im Endeffekt am Anfang auch nur erwähnt mit den zwei Halbzeiten, weil am Anfang der Saison hat man es ja noch so einigermaßen drin, wo wir dann zwei Halbzeiten gespielt haben, noch eine gute und eine schlechte meistens. Aber ja, ich meine, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, natürlich, ich bin davon ausgegangen, dass wir das souverän runterspielen und dann noch eben die zwei Tore machen. Nee, auf gar keinen Fall, weil du hast natürlich im Hinterkopf die Rückrunde, die letzten Spiele und dementsprechend mit einer blöden Aktion kommt Elversberg vor das Tor, macht einen rein und dann fängt die Mannschaft wieder das Überlegen und das Zittern an. Aber ja, dieses Mal hat uns einfach alles in die Karten gespielt, mehr oder weniger, und auch der Gegner. Aber man muss natürlich auch sagen, sie haben ja auch gut gespielt, das darf man ja nicht hinten runterfallen lassen, weil der gemeine Klubfern ist ja immer geneigt, dann zu sagen, naja, der Gegner war halt scheiße. Da stimme ich dir zu. Man könnte fast schon sagen, wir hatten nach dem 1-0 zur Halbzeit fast schon die Hand am Sieg, um mal eine Überleitung zu machen zur Aktion vor dem 2-0, denn... Wir haben gemerkt, die Beachvolleyball-Saison geht bald wieder los. In globesker Art und Weise, auch noch nach einem eigenen Eckball, also komplett unterschiedlich zu unserer bisherigen Saison, hat Elversberg gemeint, mal eben kurz im eigenen Strafraum Volleyball spielen zu müssen. Ich bin ehrlich, ich habe... Es ist ein extrem offensichtliches Handspiel, ich habe keine Ahnung, was sich der Elversberg-Spieler dabei gedacht hat. Also der geht ja wirklich... Also ich weiß es einfach nicht, vielleicht kann mir da jemand meine Sprachlosigkeit nehmen, aber das war ja einfach nur absolut dumm. Also ich möchte eine Sache noch anmerken, die Ecke kam von Benjamin Goller, macht bitte Informationen, was ihr wollt. Aber ja, wir hatten in letzter Zeit im Fußball allgemein so viele Handspiel-Diskussionen, da war es doch auch irgendwie mal sehr erfrischend, dass es jetzt ein sehr, sehr klarer Handelfmeter war. Klarer geht es eigentlich kaum und von dem her, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich war bloß so verwundert, weil ich solche Aktionen einfach nur schlichtweg von uns kenne. Ich war ja einfach straight dumm. Ich konnte ja eine gewisse ehemalige, beziehungsweise eine Aktion einer FCN-Legende angesprochen, die bei der gleichen Aktion mal einen Elfmeter verursacht hat in ähnlicher Konstellation. Ja, Bro, das war die Enrico Valentini-Gedächtnishand und da lasse ich nicht mit mir reden. Wobei das war nur halb so dumm, würde ich fast sagen, von Enrico Valentini, weil er ja eigentlich noch was anzeigen wollte damit und warum der Elfersberg-Spieler da mit zwei, er ist ja glaube ich sogar mit zwei Händen oder so halb. Ja, der hat irgendwie so beide Hände hochgesteuert, einfach der Elfersberg-Spieler. Das stimmt schon, bei Enrico Valentini war auch ein bisschen, war es auch ein bisschen unglücklich, aber natürlich weiß ich nicht, ob man da die Hand heben musste, aber egal. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie an so ein kleines Kind erinnert, das irgendwie so mit beiden Händen hochspringt, um irgendwas greifen zu wollen oder so. Ich weiß es nicht. Stimmt. Ich kann es nicht irgendwie beschreiben, das war halt einfach mal ein klipp und klarer Handelfmeter und ja, hat uns dann dementsprechend natürlich auch geholfen. Ich habe mich dann natürlich nur gefragt, wer schießt. Oh Alter, davor hatte ich richtig Angst, ne? Können wir mal ganz kurz drüber reden, dass der Schiedsrichter anscheinend auch nicht wusste, was da passiert ist. Ich glaube, der hat doch auch erst fünf Sekunden oder so nach der Aktion gepfiffen. Ich glaube, der hat auch nicht so wirklich nicht verstehen können, was der Elfersberg-Spieler gemacht hat. Der war geschockt, wie blöd man sein kann. Das war für den Schiedsrichter so ein What-the-Fuck-Moment anscheinend. Nicht nur für den Schiedsrichter, aber es sollte für uns zugutekommen und Konzi hat es angesprochen, er hat anscheinend, so wie ich dich gehört habe, ganz laut Can Usun gerufen vor dem Elfmeter. Stimmt das? Ja. Ich wollte unbedingt, dass Can Usun schießt. Ganz klar. Da bist du wahrscheinlich einer der wenigen. Ich weiß nicht, hattet ihr Can Usun auf dem Schirm oder dachtet ihr, okay, jetzt muss dem Mann mal jemand den Elfmeter wegnehmen? Ich hatte die Hoffnung, er hat Einsicht. Weiß ich nicht, ob er Einsicht hatte oder ob ihm der Ball einfach von Can Usun vorher geklaut wurde. Keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da im Vorfeld auch drüber gesprochen haben, also wenn der nächste Elfmeter kommt, dass vielleicht sich auch mal ein anderer versucht. Im ersten Moment dachte ich natürlich, ja okay, er wird sich wieder den Ball schnappen und den versuchen zu versenken, aber dass dann Can Usun derjenige ist, der dann antritt, war auch ein bisschen überraschend, aber man muss ja sagen, wie er den dann gemacht hat. Also Holladi Waldfried, das war ja mehr als souverän. Bin ich ganz bei dir. Also ich meine, Can Usun war ja gefühlt, nachdem er den ersten Elfmeter damals gegen Hannover reingebracht hat und auch gegen die Westvorstadt, gefühlt Standardschütze Nummer 1, der Standardschütze, beziehungsweise Elfmeterschütze Nummer 1, der Elfmeterschütze Nummer 2 ist ja in der Winterpause verliehen worden. Dementsprechend hat es mich auch etwas überrascht, dass Chamara angezweiten ist, aber auf jeden Fall Respekt in der Situation und du hast es angesprochen, der Elfmeter war extrem lässig. Ich weiß nicht, ob wenn der Torwart in die andere Ecke gesprungen wäre, ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich trotzdem ein leicht zu halten Elfmeter gewesen, aber hat er nicht gemacht. Von daher, wie wir ja auch seit ein paar Monaten wissen, ich war Konzi, kommt es ja nicht drauf an, wie gut eine Feder geschossen ist. Ja, wie ein sehr sympathischer und extrem krasser Fanboy aka FCN-Content-Creator zu sagen pflegte, der Ball ist drin, das ist die Hauptsache. Und ihr könnt über mich sagen, was ihr wollt, es stimmt halt. Also ich meine, in der Situation, solche Eier zu haben, das spricht dann auch ein bisschen für die Führungsstärke von Herrn Shamara. Ich weiß nicht, ob Can Usum tatsächlich nochmal angetreten wäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass der wahrscheinlich auch nochmal Bock gehabt hätte. Wahrscheinlich auch wieder mit ein bisschen wenig Erfolg, aber das ist ein bisschen Spekulation. Aber es hat gereicht, es stand 2-0. Das war auch wieder so eine Aktion, also ich habe dem Spielstand nicht so ganz trauen können. Ich habe auch gar nicht verstanden, was da los war. Also eine 2-0-Führung gegen Elversberg. Hut ab. Und das nach 52 Minuten, also eigentlich zu einem richtig guten Zeitpunkt. Habt ihr danach noch irgendwie geglaubt, okay, jetzt schafft Elversberg noch das riesige Comeback? Nee, tatsächlich nicht. Dafür fand ich, Elversberg war absolut nicht im Spiel drin irgendwie. Das muss beim FCN was heißen, Alter. Dass ich bei 2-0 eigentlich davon ausgehe, okay, so viel sollte da also eigentlich nicht mehr passieren. Gehe ich auch mit. Also es kam von Elversberg zu dem Zeitpunkt einfach allgemein viel zu wenig. Ja, Restzweifel waren immer noch da, aber die haben sich dann knapp 10 Minuten später dann auch erledigt. Was für eine wunderbare Überleitung zum, ja, zum Mann der Saison, oder? Kann man, kann man nicht anders sagen. Absolut. Jan Usun, der natürlich nicht in einem hässlichen Kacktor sich aus Nürnberg verabschieden wollte, sondern konntest du nicht überlastieren, die Beschreibung des Tors? Einfach erotisch. Das Ding war einfach erotisch. Das war wieder, das war wieder pure Jan Usun-Manier, Alter. Lässt ein paar Gegner aussteigen und packt das Ding einfach platziert ins Eck. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wer das nächste Saison genauso machen soll wie er, aber das war einfach wieder geil. Vollkommen überlegt halt auch, ne, nicht irgendwie hektisch abgeschlossen oder so, sondern richtig so ins Eck platziert, dass der Torwart auch überhaupt keine Möglichkeit hat, da noch ranzukommen. Also das ist schon, das zeigt schon seine Klasse. Er hatte in der ersten Halbzeit auch noch mal so eine ähnliche Situation, wo der auch vom linken Flügel reingezogen ist, wo dann der Elversberger Teuse den Ball noch richtig überpariert. Würde sich wahrscheinlich gedacht haben, die Chance habe ich liegen lassen, jetzt habe ich auch noch gelb, das ist das letzte Spiel, jetzt probiere es nochmal und jetzt sitzt er. Also ich würde mal sagen, wenn man so ein Drehbuch eingereicht hätte, dann würde man es wahrscheinlich als kitschig ablehnen, aber eigentlich war es doch der perfekte Abschluss für die Can Uso und Zeit, das hat er ja nach dem Spiel im Interview auch bestätigt, dass das sein letztes Spiel für den FCN war, aber eigentlich für ihn persönlich hätte es auch nicht besser enden können, oder? Ich muss zugeben, ich habe das am Anfang überhaupt nicht realisiert, dass er seine fünfte Gelbe gesehen hat und dann habe ich mich nur gewundert, wieso ist das jetzt sein letztes Spiel? Habe ich mir auch gedacht. Oder irgendwie was verplant, weil gegen den HSV müssen wir ja auch noch, aber ja, wie du sagst, also Perfekter hätte es ja dann gar nicht laufen können für ihn und vor heimischem Publikum dann nochmal Torvorlage und ein Tor gemacht, sein 16. Saisontor, dürfen wir ja auch ruhig mal erwähnen und ja, ich denke, ihm ist ein Großteil zuzuschreiben, dass wir überhaupt in der Liga geblieben sind. Sehe ich auch absolut so. Also ohne den werden wir sehr wahrscheinlich abgestiegen, sage ich. Ich glaube, mit dem Can-Oson-Torn können wir dann das Spiel auch abschießen, es ist danach nicht mehr viel passiert, außer vielleicht der Demutigung, dass man nochmal Johannes Geis gebracht hat, Hofmann-Kammer. Normalerweise ist Johannes Geis eigentlich immer die weiße Flagge, zumindest gegen Osnabrück im Hinspiel, ohne jetzt einzelne Personen eine Schuld zuzuschieben, dass Johannes Geis Einwechslungen haben meistens nicht so wirklich dafür gesorgt, dass das Spiel besser wurde, aber wir wollen jetzt hier nach einem Sieg nicht kritisieren. Zumindest nach Osnabrück oder in Osnabrück war er quasi der Joker für Osnabrück, weil als er eingewechselt wurde, ging es dann dahin. Wir haben es ja dann noch gewonnen, aber ja, ich weiß nicht, genauso wie Valentini, der genauso wie Geis in diesem Spiel auch gleichzeitig wieder draufkam, aber es kam von Elversberg einfach gar nichts mehr. Das ist auch für mich in der Rückrunde so eine absolute random Mannschaft, die gegen den Tabellenführer gewinnen kann auswärts, nur um dann irgendwie vom FCN ab serviert zu werden. Letzte Woche dann noch 4-2 gegen die Hertha gewonnen. Also haben wir zum Beispiel auch 5-0 in Braunschweig verloren. Da haben sie zum Glück, zumindest für unser Glück, keine gute Leistung gezeigt. Oder Konzi, würdest du sagen, der FCN war schlichtweg so gut, dass Elversberg gar nicht seine Stärken zur Entfaltung bringen konnte? Ich weiß es nicht, wirklich. Also ich tue mich schwer, in dieser Saison davon zu reden, dass der FCN mal gut war, ehrlich gesagt. Aber ich würde schon sagen, dass wir Elversberg schon gut in der Tasche hatten. bei denen weiß man halt aber auch nicht, ob die wirklich noch so Bock haben oder so ein bisschen mit der Saison schon abgeschlossen haben mit dem jetzt sicheren Klassenhalt, ohne da jetzt die Leistung zu schlecht wählen zu wollen, so an uns. Aber mich wundert es dann halt schon, dass so eine Mannschaft, die letzte Woche noch irgendwie 4-2 gegen Hertha gewonnen hat, jetzt plötzlich sich so abschlachten lässt von uns. Ja, ich weiß es nicht, mich hat es ein bisschen erinnert an das Spiel von letzter Saison, aber da war es der letzte Spieltag gegen Paderborn, wo man auch gedacht hat, um Gottes Willen, was passiert jetzt da noch groß und dann hat es der Klub eigentlich souverän runtergespielt und das war jetzt auch wieder so ein Spiel, allerdings halt einen Spieltag vor Schluss und ja, also wie gesagt, ich denke schon, dass da vielleicht ein bisschen mit reingespielt hat, dass Elversberg jetzt den Klassenerhalt sicher hat und ja, als Aufsteiger und dass sie drin geblieben sind, sie haben ja ihr Ziel erreicht und so weiter, kann schon sein, dass das mit reingespielt hat, aber man muss schon auch sagen, dass das eine eindeutige Leistungssteigerung war, das hat man ja schon in den ersten Minuten gemerkt vom Klub und wie gesagt, für mich waren sie strukturiert unterwegs, sind wieder als Mannschaft aufgetreten, haben ein gutes Pressingverhalten gehabt, ein gutes Zweikampfverhalten, wurde vorhin auch schon erwähnt, also ich weiß nicht, also man, es ist vielleicht eine Kombination aus beidem, aber ich denke schon, dass die gute Leistung vom Klub dieses Mal überwiegt, das aus meinem Mund, ich sage es auch nicht so oft. Können wir mal darüber reden, wie geil es war, mal nicht auf die anderen schauen zu müssen, weil wir einfach gefühlt das erste Mal in dieser Saison einfach selber die Hausaufgaben erledigt hatten. Mir war das so egal, wie es da bei Hansa steht, weil der FCN hat einfach souverän, finde ich, das Spiel runtergespielt, nach den 2-0 hatte ich persönlich dann auch keine Zweifel mehr, es war einfach mal schön, nicht darauf hoffen zu müssen, dass die anderen verlieren, das möchte ich an der Stelle einfach auch mal sagen, das war ja die letzten Monate überhaupt nicht der Fall. Nach dem 1-1 von Hansa, glaube ich, gab es dann schon mal ein leichtes Grummeln im Stadion, aber ja, nichtsdestotrotz, hast du schon recht, ich meine, sonst hast du dich immer auf die anderen verlassen müssen und wir haben ja, glaube ich, vorher auch noch darüber gesprochen und haben gemeint, also wir glauben nicht, dass der Klub nochmal irgendwie ein Spiel gewinnt diese Saison und dass du dich eben auf die anderen verlassen musst, aber dass es eben dann so gelaufen ist, ist wirklich eine Erleichterung, eine Riesenerleichterung. Damit haben wir nämlich nicht nur den Klassenhalt sichern, sondern auch Tabellenplatz 14. Ja, nicht der Amateur-Topf-Jungs. Das heißt, wir dürfen an der ersten Pokalrunde nicht RB Leipzig hier begrüßen. Für alle, die sich gefreut haben, tut mir schrecklich leid, aber das heißt, wir werden auch am Ende dieser Saison zumindest tabellarisch mindestens so gut sein wie letztes Jahr. 40 Punkte, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hatten wir denn letztes Jahr. Weiß das gerade jemand von euch? Wir haben doch so einen klugen Chat, der wird mir das sicherlich gleich schreiben. Gute Frage. Aber zumindest der Klassenerhalt jetzt am vorletzten Spieltag und nicht wie letztes Jahr, am letzten Spieltag gesichert. Das heißt, wir können jetzt ohne Bedenken nach Hamburg, für die geht es jetzt auch um nichts mehr. An der Stelle herzliche Glückwünsche an den Hamburger SV ebenfalls zum Klassenerhalt. Wie seid ihr aus dem Spiel gegangen? Wart ihr glücklich oder würdet ihr sagen, es war einfach so ein endlich geschafft, aber hoffentlich ist die Saison immer noch bald rum? Zunächst mal habe ich gemerkt, dass sich der Klub-Fan wieder mit ganz, ganz wenig zufrieden gibt. Also jetzt hat natürlich keiner ironischerweise den Europapokal angestimmt oder so, wie es ja öfter mal der Fall ist, aber man hat schon gemerkt, dass es so eine kollektive Erleichterung war einfach. Dass jeder einfach froh war, wie es Konzi vorhin auch schon erwähnt hatte, dass es jetzt endlich rum ist und dass man jetzt auch das ins letzte Spiel gehen kann und sich denken kann, ja okay, hauptsache sich nicht abschlachten lassen, aber im Endeffekt ist es auch egal. Wie gesagt, also ich denke, über dem Ganzen steht Erleichterung ganz, ganz groß geschrieben. Ja, stimmt. Ja, sag ruhig. Ich stimme da auch zu einfach schlichtweg Erleichterung, dass man jetzt einfach nicht am letzten Spieltag zittern muss, dass man sich jetzt quasi in Ruhe mir anschauen kann, wie wir nächste Woche in Hamburg auf die Fresse kriegen, auf deutsch gesagt. Und auch, was ihr gerade schon gesagt habt, dass wir durch die Resultate dann vom Sonntag auch den DFB-Pokalplatz für Top 1 gesichert haben. Von dem her ist es das, was wir lange befürchtet hatten, dass es am letzten Spieltag in Hamburg noch wirklich um was geht. Das ist nicht der Fall und somit kann ich diesen letzten Spieltag relativ gleichgültig entgegensehen. Von dem her, ja. Wie war es bei dir? Wir hatten ja geschickt, wie war es bei dir nach den Toren? Konntest du nach den Toren wirklich jubeln oder würdest du sagen, die Mannschaft hatte diese Saison zu viel weh getan? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich gar nicht mal so gefreut habe. Erleichterung, wie vorhin schon gesagt. Also beim 1-0 war ich schon relativ glücklich, dass wir mal nach dem aberkannten Elversberg-Tor ja auch mal in Führung gehen. Vor allem, weil von Elversberg ja einfach nichts kam. Über den Elfmeter reden wir nicht, was ich da gemacht habe. Meine Beine haben sich auf jeden Fall nicht bewegt. Ja, das 3-0 war ich aber glücklich, dass Can Usun das Ding nochmal so beendet hat. Ja, zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher für mich, weil ich absolut keinen Plan hatte, wieso jetzt das Spiel schon das letzte fehlen sollte. Aber da bin ich extrem über das Can Usun-Tor gefreut. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, was wahrscheinlich auch thematisch perfekt passt für eine eventuelle Kaderplanung, die irgendwann noch ansteht. Konzi, oder? Was machen wir jetzt eigentlich aus dem Fakt, dass Can Usun jetzt nicht mehr für uns spielen wird? Wir werden in der nächsten Saison einen relativ großen Kaderumbruch haben, aber das wird dann wahrscheinlich schon die Key-Position sein, die einigermaßen zu ersetzen gilt, oder was würdet ihr sagen? In Benjamin Koller we trust. Auf gar keinen Fall. Du hast gerade gesagt, Key-Position, die wir ersetzen müssten. Sag ich Jein, weil einerseits ja, wir brauchen einen Ersatz für die 10er-Position, andererseits, du musst einfach diese, ich glaube, er hat 16 Tore und eine Vorlage, das sind 17 Tore. Von wie vielen haben wir die Saison geschossen? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Das kann, wir haben 42. 42? Ja, das ist nicht ganz die Hälfte, aber es ist, auf was ich hinaus will, es ist einfach viel zu viele Torbeteiligungen auf einen Spieler. Wir müssen das irgendwie nächstes Jahr hinkriegen, dass wir die Score auf mehrere Spieler verteilen, dass du halt einfach in der Offensive mehrere Spieler hast, wo du, ja, die einfach mal Torgefahr ausstrahlen. Von dem her, ja, ich glaube, ein einziger Spieler wird Ugo so nicht ersetzen. Siehe ich ganz genau so. Du kannst ihn sowieso nicht 1 zu 1 ersetzen, demnach musst du dann nächstes Jahr oder nächste Saison besser gesagt, wenn, ja, wie du schon auch sagtest, wenn es einen großen Kaderumbruch gibt und ich schätze mal, da werden ein ganzer Arsch voll Spieler kommen, ich kann jetzt gar nicht sagen wie viele, aber da musst du das Ganze quasi als Kollektiv wieder wuppen und, ja, das Ganze dann auf mehrere Schultern verteilen, weil einer allein, um so einen Spieler zu verpflichten und dann auch irgendwie vielleicht, oder jemanden hochzuziehen oder sonst irgendwas und dann quasi auch wieder so ein bisschen in Anführungsstrichen das Glück zu haben, dass der dann auch wieder so eine Entwicklung nimmt. Ich meine, es sind ja mehrere Spieler, die da gehen. Ich meine, Brown ist zum Beispiel auch, hat auch noch ein gutes Spiel gemacht. Ausnahmsweise muss man leider sagen in der Rückrunde. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen sehr viele Leute haben sich an dem Spend gegen Magdeburg aufgehangen bei Nene Brown. Ich finde, seit seinem Frankfurt-Wechsel war der Typ auch nicht mehr das, was er in der Hinrunde war, aber gut, das war so ziemlich keiner in unserem Team. Deswegen, ja, LV finde ich auch ist auch nochmal so eine Position, da hat man sich einfach eine Baustelle aufgemacht, die es nicht gebraucht hätte. Ich bin mir auch irgendwie nicht so sicher, was, das ist jetzt auch sehr interessant natürlich für Clubmemes, was aus dem Handwerker wird, kommt er von seiner Laie wieder? Also ich denke mal, er kommt von seiner Laie wieder, da wird niemand die Kaufoption bei einem Mann mit Kreuzband riss ziehen, schätze ich jetzt einfach mal, außer er hat so krass in zwei Spielen und nicht mal von Beginn an überzeugt. Was war es? Wie bitte? Ja. Wie oft hat Tim Handwerker für Utrecht gespielt? Zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Und nicht von Anfang an, oder? Ich glaube, er wurde zweimal eingewechselt. Ja gut, und dann Kreuzband riss geholt, der Mann kommt auf jeden Fall von seiner Laie zurück und da bin ich auch mal gespannt, weil, wieso wurde der abgegeben? Gab es da einen Konflikt mit Christian Fjell oder was war da los? Das sind Interna, die ich nicht nach außen tragen möchte, bin ganz ehrlich, das ist mir in Vertrauen zugetragen worden, möchte ich jetzt, aber es hatte, glaube ich, weniger sportliche Gründe als, ist egal. Auf jeden Fall müssen wir, wie du gesagt hast, in der Linksverteidigerposition noch auf jeden Fall noch mal tätig werden, weil wir da zur neuen Saison exakt null Spieler haben und Erik Wegkester, aber Erik Wegkester ist ja sowieso hoffentlich bei Krieg. hoffentlich bald Wegkester, aber diese Position, die müssen wir auf jeden Fall nachbesetzen, hast du recht. Wollen wir, wollen wir, ja, wollen wir aber so ein bisschen den Quafermarkt machen, Konzi? Wir können gerne den Quafermarkt machen. Also, was man mittlerweile sagen kann, Luca, Luca, Lukas, was weiß ich, Marsseiler war ja in der Winterpause so ein heißes Ding, der sogar schon eigentlich mit uns einig war und mit dem wird das jetzt wahrscheinlich nichts, der geht ja gleich nach Darmstadt oder so, was es hieß, ist ja in fortgeschrittenen Gesprächen, dann dürfen wir nicht vergessen, Kaspar Janda hat bei uns schon unterschrieben, ne Jungs, da kommt schon einer im Sommer, der hat sich aber in Klubmanier natürlich verletzt, bevor er zu uns kommt, das ist ja logisch. Er trainiert aber glaube ich schon wieder und es soll alles ganz gut verheilt sein, bis er natürlich wieder aufs Matchniveau kommt, ja ist klar, aber ja stimmt, den haben wir, den haben wir auch noch auf dem Schirm, das Gute ist, dafür hat er jetzt die Vorbereitung Zeit an sich, Qua Fairmarkt, Verkaufskandidaten Nummer 1, jeder nennt jetzt 3 Stück, Klubmemes fängt an. Nachdem Flo einen sehr kompetenten Beitrag geleistet hat, beziehungsweise den Chat geschrieben hat, wir sind ja auch ein Podcast, der interaktiv ist hier, da Ferner kommt zurück, der Mann kommt und wird hoffentlich im gleichen Weg wieder nach draußen finden, kennt ihr diese Simpsons-Meme, wo Grandpa reinkommt, den Hut ablegt und als ich einmal um mich selbst sehe, dann wieder raus geht, das wird hoffentlich der Ferner sein. Ansonsten bin ich natürlich die ganze Saison schon sehr konsistent, was den Erik Wilkeser Hate angeht. Okay, Hate ist vielleicht übertrieben, aber Erik Wilkeser, ich glaube, die Lücke, die er hinterlässt, die schließt sich von selbst. Wen haben wir denn dann sonst? Noch Johannes Geis. Ich glaube, was das Gehalt angeht, wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn man auch mal noch irgendwie Johannes Geis irgendjemandem unterjubeln kann. Wir haben eigentlich relativ viele Spieler. Ich meine, ich habe jetzt 3 genannt, ihr könnt gerne noch andere nennen, dann haben wir auch alle durch. Genau, das ist der Sinn davon, dass jeder 3 nennt. Nee, ich meine, grundsätzlich bin ich da bei dir. Ich meine, wir haben so viele auf der Liste, die eigentlich gehen könnten. Also auch was Duman angeht, meiner Meinung nach, der hat ja auch einen absoluten Stillstand, der Mann. Und mal abgesehen von den Leuten, die jetzt vielleicht einen auslaufenden Vertrag haben, Johannes Geis, bin ich voll bei dir, schon allein aus Gehaltsgründen. Johannes Geis, Duman und, na gut, der Fahner, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wegkesser, okay, aber du brauchst auch noch ein paar Kaderspieler halt. Also, ja, könnte man jetzt auch über Duman sagen, aber du hast wirklich so viele Kandidaten. Ich meine, es kommt ja auch noch so jemand zurück wie Winsheimer. Der Einen-Ball-Kontakt-Stürmer. Da, das wusste ich schon sehr drüber lachen. Wir haben ja auch noch Jeremy in die Schalke, den darf man auch nicht vergessen. Ach, der Promo-Move nach Dortmund, stimmt, da war was. Da werden einige, da wird unser neuer Sportvorstand, glaube ich, sehr viel zu tun haben. Wir werden, bevor ich jetzt noch Jeremia seine Top-3-Liste sagen lasse, möchte ich gerne noch mich bei einer, bei denjenigen einen Blick machen, die unbedingt jetzt nach dem letzten Spiel noch eine Verlängerung von Felix Lohkemper wollen. Nee, Jungs, echt nicht. Einfach ein Nein. Hört auf mit der Scheiße, was soll das? Jeremia, das sind wie die Leute, die nach dem Hertha-Spiel eine Geistverlängerung wollten. Da gab es tatsächlich einige, ja, auch im Chat. HSV war es, glaube ich. HSV war es. Ach, stimmt, HSV, stimmt. So, ich finde es bisher gut, dass ihr in eurer Streichliste die Innenverteilung noch überhaupt nicht angefasst habt. Ich wusste, dass es kommt. Ich finde, Armit Gürlien nicht Zweitligatauglich, James Lawrence seit über einem Jahr verletzt, Florian Hübner. Ich glaube, der ist eh so schon mehr oder weniger klar, dass er geht oder beziehungsweise nicht verlängert wird. Christopher Schindler auch über einem Jahr verletzt. Ich weiß nicht. Bei denen könnte ich mich am ehesten vielleicht noch anfreunden, wenn Christopher Schindler zu sehr, sehr stark leistungsbezogenen Konditionen eine ähnliche Rolle wie Valentini bekommt. Aber ich glaube, das wird der wahrscheinlich auch nicht mitmachen. Der ist auch schon 34. Vielleicht hängt der einfach im Sommer komplett die Schuhe an den Nagel. Keine Ahnung. Ich glaube, auch in der Innenverteidigung wird es einen großen Umbruch geben. Wen ich auch in der Innenverteidigung nicht ausschließen könnte, dass er geht, ist Ivan Marquez. Der hat irgendwie in letzter Zeit komplett unten durch. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht hat er mal im Training auf Spanisch irgendeinen beleidigt und dann kurzzeitig vergessen, dass der Trainer halt auch Spanisch kann. Anders kann ich mir irgendwie nicht erklären, warum der in letzter Zeit nicht gespielt hat. Auch am Samstag in der Aufstellung ist es unser Innenverteidiger, unser einziger Innenverteidiger in dieser Saison ein Tor geschossen hat und sogar zwei nach Ecken. Das ist für FCN-Verhältnisse in den letzten Jahren sehr, sehr viel. Ist das jetzt dein Argument, jemanden aufzustellen in der Verteidigung? Nein. Also ich sag mal, ja, warum nicht, wenn der sehr gut getroffen hat und Horn ist, glaube ich, seit den letzten Spielen eigentlich nur noch die Mission, mindestens dreimal im Spiel zum Schiedsrichter zu rennen und den anzuschreien. Also, ja, ich hätte ihn am Samstag aufgestellt. Da gibt es wahrscheinlich doch ein paar Leute, die dir da widersprechen würden. Aber gut, dass du James Lawrence anspricht. Also ich weiß nicht, ob es die FCN-bedingte Demenz ist, aber ich vergesse jedes Mal, dass dieser Mann noch einen Vertrag bei uns hat. Das stimmt, ja. Das ist genauso wie Marcel wenig. Wenn ich den Namen nese, denke ich mir auch mal, oh mein Gott, den gibt es ja auch noch. Wobei wir bei dem wahrscheinlich sagen müssen, dass, ich weiß nicht, also ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, dass der hier noch hier bleibt. Du hast ja sogar noch eine Torwart-Position. Ja, da wollte ich nämlich noch darauf hinaus, weil meine drei Spieler wurden noch nicht genannt und ich würde schon sagen, ich glaube, Karl Klaus, der Vertrag ist am Auslaufen. Den, da mache ich mich jetzt bei manchen Personen sehr beliebt, bei manchen Personen so unbeliebt. Beliebt mich wahrscheinlich nur bei einer Person, die wir alle kennen. Ich würde Karl Klaus behalten. Aber ich dachte, es kommt, du wirst alle drei Toler nicht verlängern. Nee, also Karl Klaus würde ich behalten. Christian Martenia, das ist, ich glaube, der Mann hat ein zu hohes Gehalt, um Ersatztöter zu werden. So sehr ich Christian Martenia menschlich einfach mag, ich glaube, das passt einfach nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Also, es ist, glaube ich, offensichtlich, dass der selber mit so einer Reservistenrolle wahrscheinlich nicht sich zufrieden geben wird. Deswegen wäre Christian Martenia für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der geht. Und ja, das Schöne, wenn man das als Letztes macht, ist, dass gefühlt alle doppelt kommen. Amit Gulen ist für mich eigentlich Top 1. Amit Gulen ist Top Tier, musst du abgeben im Sommer. Also, dass du ein Amit Gulen überhaupt geholt hast, ist halt einfach geistesgerecht. Ich würde mal über eine Sache ganz kurz reden. Ich habe nach der Demission von Dieter Hecking ja gesagt, beziehungsweise eine Story online gestellt, in der ich gesagt habe, es darf keine, einen zweiten Amit Gulen Transfer mehr geben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute unfassbar große Amit Gulen Fans sind. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit Monaten, dass ich einen richtigen Shitstorm abbekommen habe. Und dann ausgehebt bei der Person, bei der man meiner Meinung nach eigentlich gar nicht drüber diskutieren muss. Von wegen irgendwie dritter, oder bester Verteidiger der dritten Liga im letzten Jahr. Also, ich weiß nicht, seid ihr irgendwie alle blind? Also, ich weiß nicht, ob man bei Amit Gulen, also, Amit Gulen. Amit Gulen. Wollen wir da wirklich drüber diskutieren, ob der Mann bei uns... Der Bruder hat eine Kicker-Durchschnittsnote von vier. Das ist, wohlgemerkt, lechter als Daichi Hayashi. Oder Benjamin Goller. Ich habe den tatsächlich vorhin auch nicht genannt, weil es mir so ging wie dir. Ich habe den total nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil der so wenig gespielt hat, dass ich den schon wieder komplett vergessen habe. Aber ja, der ist natürlich ein Kandidat. Und ich weiß auch nicht, was die Leute noch in ihm sehen, was Karl Klaus angeht. Ich glaube, wenn er bleiben würde, dann wäre auch seine Vertragsverlängerung vielleicht schon etwas weiter fortgeschritten. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der vielleicht das Weite suchen wird und vielleicht, wie heißt der, Reichert? Reichert? Wir haben Reichert. hochgezogen wird und Martenia vielleicht sogar den Platz auf der Bank annimmt vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Das Einzige, wofür Ahmed Ghislain bei uns in Erinnerung bleiben wird, ist seine komische Vorliebe für irgendwelche Kommentare auf Social-Media-Plattformen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe noch einen Spieler. Ich auch. Gut, dann möchte ich nur kurz sagen, dass ich es finde, dass jetzt am letzten Spieltag auch mal Zeit ist, ein paar neuen Spielern eine Chance zu geben, bevor man noch mal zum hundertsten Mal Johannes Geis einwechselt. Aber ich finde, darüber können wir nachher natürlich auch noch reden. Ich möchte euch eure Vorliebe für Spieler-Hate nicht nehmen. Deswegen den Gast zuerst, Jeremias. Wen willst du gerne noch rauskicken? Ich weiß nicht, ob Konsti vielleicht den gleichen hat, aber was machen wir mit Sebastian Andersson? Gut, wir hatten denselben auf dem Schirm. Ich glaube, aber der hat ja nur einen Vertrag bis Sommer, ne? Genau. Da ist jetzt, glaube ich, die Frage, verlängern wir den. Lass den Bruder weiterziehen. Lass den Bruder weiterziehen. Ich glaube leider auch. In bester FCN-Manier die Vertragslaufzeit an die Laufzeit des Trainers anpassen. So wie man es in den letzten Monaten auch mit den Co-Trainern gemacht hat. Total unsinnig. Einfach Vertrag verlängern. Der Mann ist ja wunderbar. Gefühlt bester an Winterfans. Nein, ich gebe euch das. Ja, Vereinsinterne haben mir ja gesagt, Sebastian Andersson wurde geholt, weil sich Leute im Verein einen Brecher gewünscht haben. Den habe ich bis heute nicht zu Gesicht bekommen. Das Einzige, was gebrochen wurde, waren unsere Gefühle bei der Schottenverwaltung. Oh ja. Der Start. Ja. Danke, danke. Nee, also ich muss sagen, Sebastian Andersson, wenn dir am letzten Spieltag ein Felix Lohkämper vorgezogen wird, dann ist das irgendwie auch so ein kleiner Mittelfinger, der dir da irgendwie entgegengesteckt wird. Ich kann mir da ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es da noch weitergeht. Ich bin gespannt, wer nächstes Winter unser Panikkauf sein wird. Welcher ehemalige... Der Terrode wird auch frei, wird geschrieben. Es tut mir leid, der beendet leider seine Karriere. Deswegen wird der Winter zu uns kommen, total übergewichtig und außer Form und dann auch noch verletzt. Da können wir auch direkt Sascha Müll das holen. Davy Selke, auf geht's. Oh. Nee, der geht doch mit Köln runter. Stimmt. Jetzt spoilert doch nicht. Ähm, hier wird noch geschrieben, bei Martenia, den wird man nicht loswerden. Das ist ein sehr guter Punkt, den ich... Genau das gleiche Problem wie bei Johannes Geis. Äh, die mögen zwar unzufrieden sein und unfassbar taurige Instagram-Stories teilen, aber die haben halt trotzdem einen verdammt guten Vertrag und die kriegt man halt so schnell nicht weg. Ich weiß nicht genau... Weißt du wirklich, die haben noch diese Ansprüche bei einem anderen Verein dann, dasselbe verdienen zu wollen? Ich weiß es nicht. Wenn ich mir die Menge an depressiven Instagram-Stories von Johannes Geis anschaue... Oh, Johannes Geis, Digga, der sitzt so tief im Loch, ne? Ähm, kann ich mir das schon vorstellen. Also sagen wir es mal so, wenn der neue Sportvorstand das herkriegt, solche Spieler wie Johannes Geis auch tatsächlich loszuwerden, vielleicht hat Johannes Geis denselben Agenten wie, äh, Erik-Maxim-Chupo-Moting, dann kommt der sicher irgendwo unter. Oder, oder Taifung-Kokut. Ich würde mir wundern, wenn die alle den gleichen haben. Ähm, das ist auch so ein Ding, das man nicht vergessen soll. Die haben halt alle, äh, extrem gute Verträge. Teilweise wie Martina, ich weiß gar nicht, wie lange geht denn Martinias Vertrag? Ist das zwei Jahre noch oder so? Also ich glaube, bei dem läuft es ja nächstes Jahr nicht. Ja, wie willst du die loswerden? Also willst du da irgendwie den Vertrag noch irgendwie untermischen, wenn du noch einen anderen Spieler verkaufst, dass man die dann so mitnehmen muss? Oder so? Yo, kauf einen, keine Ahnung, kauf einen Teil an Duman und krieg dann gratis Christian Martina dazu. Ja, ich spare sie jetzt. Es gibt ja auch noch die Option mit der Vertragsauflösung, dann musst du aber halt wieder eine Abfindung zahlen. Boah, das wird so eine fette Abfindung, wenn die so einen guten Vertrag bei uns haben, das ist das Problem. Wenn es jetzt nur bei Johannes Geis der Fall wäre, könnte man sich es vielleicht noch überlegen, aber ich glaube, dass er schon, denke ich, noch spielen will. Ob das dann auf dem Niveau sein wird, glaube ich jetzt mal nicht, ich glaube schon, dass er für sich selber noch den Anspruch hat, überhaupt noch mal spielen zu wollen, weil der befindet sich ja auch im Herbst seiner Karriere, wenn man so möchte und der wird sich schon bewusst sein, dass er woanders wahrscheinlich keinen so hoch dotierten Vertrag mehr bekommen wird, aber wenn du ihn, denke ich, abgeben möchtest und niemanden findest und er dann nicht bereit ist, irgendwelche Gehaltseinbußen einzugehen, dann musst du dich um eine Vertragsauflösung bemühen. Im Chat wird geschweben, Geist in die Türkei, irgendjemand nimmt ihn da schon und gleichzeitig kann er sich auch seine geile Hairline machen lassen. Ich wollte schon sagen, also ich weiß jetzt nicht, ob Johannes Geist im Herbst seiner Karriere ist, der schultert einfach nur so alt aus. Ja, ne, also wir zwei, wir sagen das ja eigentlich so in jeder Folge, wir dürfen eigentlich nicht über Haare lästern, aber ja. Der Benedikt Höwed ist vom Club. Ja, das stimmt. Da kann man mir gleich mal bei Transfermarkt ein Gericht in die Türkei erstellen. Aber der Junge ist immer, also der Junge, Johannes Geist ist halt trotzdem erst 30, das heißt, der könnte ja schon nochmal irgendwo unterkommen, am besten ganz weit weg vom Max-Morloks-Stadion, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht tatsächlich nochmal irgendwo unterkommt. Die Frage ist halt, ob der Gehaltsdimension, also ob irgendjemand so doof ist und so viel Geld ausgibt für ihn, wie wir es halt gerade machen. Saudi-Arabien, sag ich denen Videos aus Sevilla oder so, Photoshop ein FCN-Logo drauf, die fallen da auch rein. So wie er damals... Keine Ahnung, sag Johannes Geist ist der... Beste Innenverteidiger, damals gegen Liverpool, Innenverteidiger. Der deutsche... Boah, nenn mir... Der deutsche... Boah, nenn mir einen guten Sechser. David Jarolim. So einen halbwegs guten. Jimmy Simmons. Boah, kennt doch... Keine Ahnung. David Jarolim. Der deutsche Marcus Antonio, was weiß ich, Digga. Marcus Antonio war bei und er kam schon irgendwie unter. Oh Mann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Konntest du noch weiter? Erzähl dir einen Witz. Was für ein Witz? Christian Fjell. Reden wir über... Oha, oha, oha. Das war ja auch interessant, denn... Das war extrem scharf geschossen, Digga. Überleid. Es gab Gerüchte, dass sich Hertha BSC tatsächlich um Christian Fjell bemühen möchte, nachdem sie zum, ich glaube, siebten Mal Pal Dardai vor die Tür setzen werden, nur um ihn dann im Oktober wieder neu zu verpflichten. Das fand ich... Also vor allem das erste Mal, als es Gerüchte aufkam, waren wir ja gefühlt sechs, sieben Spiele ungeschlagen, also ohne Sieg. Das hat mich da schon verwundert, aber glaubt ihr nach dem Spiel gegen Elversberg, dass da tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, dass der auch zu Hertha geht? Was ja eventuell, und ich meine, man muss ja auch weiterdenken, wenn der neue Sportvorstand sagt, okay, wir brauchen einen neuen Trainer, dann kann man sich ja da nicht nur die Abfindung ersparen, sondern könnt ihr eventuell auch noch ein bisschen Abfindung rausverhandeln. Also wenn man im Hinterkopf wirklich einen neuen Trainer hätte, dann wäre das Next Level Business aus unserer Sicht. Das wäre der Market, das wäre der Move des Jahrzehnts bei uns, anstatt irgendwie Abfindung zu zahlen oder Ablöse, kriegen wir Abfindung oder Ablöse noch von Hertha, das wäre doch mindblowing. Oder glaubt ihr, das ist Christian Fjell bei Hertha, das ist eher so eine Ente? Naja gut, es gibt ja mehrere Faktoren, die da jetzt dafür und dagegen sprechen. Ich meine, man weiß jetzt nicht, inwieweit die ganzen Transfers, die der Klub ja bestimmt schon forciert hat, wie weit die fortgeschritten sind und wie weit da Fjell involviert war. Weil wenn der neue Sportvorstand kommt, der muss ja dann auch erstmal schauen, wer ist da auf dem Zettel, wer wird vielleicht oder wer ist schon festverpflichtet, passt der dann ins System oder holt man sich dann gegebenenfalls einen Trainer, der ungefähr das gleiche Konzept, die gleiche Taktik etc. spielen lässt. Zum anderen muss natürlich sagen, weiß man nicht, wie es Christian Fjell selber sieht, weil über was wir auch teilweise noch gar nicht gesprochen haben, ist ja seine PK nach dem Spiel, wo er sich ja dann auch drüber geäußert hat, so nach dem Motto, dass ihn die Mannschaft überrascht hat heute, also zu dem Zeitpunkt, als das Elvisberg-Spiel vorbei war, wo man natürlich auch sagen muss, wie kommt er zu so einer Aussage oder dass er viele Sachen sagen könnte, aber dass das nicht hierher gehört und so und natürlich auch sein Verhalten allgemein nach dem Spiel, man hat schon gemerkt, ja von ihm ist viel abgefallen, aber es wirkte auch so ein bisschen auf der PK, so nach dem Motto, man kann es immer nur reininterpretieren, aber vielleicht auch, dass er so ein bisschen abgeschlossen hat schon mit dem Ganzen. Also ich hatte bei Christian Fjell die letzten Wochen auch echt immer das Gefühl, der Mann hat auch irgendwie keinen Bock mehr und keine wirklichen Ideen, kann mich erinnern, bei irgendeiner Pressekonferenz wurde er nach dem Abstand zu Platz 16 gefragt und dann hat er auch irgendwie gesagt, er schaut nicht auf die Tabelle und kann es gar nicht beantworten, wo ich mir dann auch denke, das hat halt auch irgendwie so einen leicht unprofessionellen Touch, aber man hat ihn tatsächlich nach dem Spiel und auch während des Spiels, wenn man sich ihn angeschaut hat, der war schon extrem dabei und ich glaube, dem ist ziemlich sehr, sehr viel vom Herzen gefallen, also man kann ihm zumindest nicht verhelfen, dass ihm der Verein nichts bedeutet, aber du hast recht, also diese Pressekonferenz und er wurde ja glaube ich danach bei Sky hat er ja auch schon etwas Ähnliches gesagt, das hat irgendwie schon sehr komisch angemutet und ich war mir auch nicht so ganz drüber im Klaren, was er eigentlich damit erreichen wollte, also der hat das ja nicht irgendwie auf Spaß gesagt, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er so unfassbar enttäuscht ist von der Mannschaft, ich kann, ich denke, dass da auch mehrere Faktoren mit reingespielt haben, ich meine, er hatte ja auch mangelnde oder wenige Alternativen, dann auch nach der Winterpause vor allem, ich meine, da wurde Mats Mördeli abgegeben etc und ja, nicht wirklich was geholt glaube ich, war er da auch ein bisschen enttäuscht oder weiß ich nicht, dass er dann halt sagt, ja okay, mir fehlen hier auch ein bisschen die Alternativen und er hat ja, wenn man es genau nimmt in der Vorbereitung, aber halt in der Vorrunde schon immer mal ein bisschen gewarnt, so nach dem Motto, wir sollten da vielleicht eher mal einen Ball flach halten, weil die Mannschaft ist nicht so, wie sie sich darstellt, ja, nichtsdestotrotz, man könnte jetzt auch spekulieren, liegt es am Abgang von Dieter Hecking, dass der so ein Unruhefaktor war in dem Ganzen, man weiß es nicht, ja, das ist eine Frage, die sich hoffentlich dann auch irgendwie nach der Saison beantworten lässt, aber man muss natürlich auch immer gleichzeitig, wenn man auch schon nach einem neuen Trainer halten möchte, beziehungsweise nach einem neuen Trainer sucht, auch immer schauen, was der Trainermarkt so hergibt und Konzi, ein potenzieller FCN-Tainer, ist ja heute frei geworden, Heil von Korkut, was? Nicht ganz, nicht ganz, Jens Keller ist wieder auf dem Markt, meine Freunde, hat es, hat seine Mission in Sandhausen beendet und wäre jetzt bereit für ein neues Kapitel in seiner Karriere. Okay, gut, das war jetzt, da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht auf die positive Gegend, die wir stoßen haben. Neu ist das nicht. Gut, ich sehe hier, keiner hat mehr Lust auf eine kleine Extralunde in der Relegation, ich sehe schon. Die nächste Runde geht rückwärts, Alter. Wollen wir mal, wollen wir mal kurz über das Spiel gegen den HSV reden. Zum Glück ist jetzt die ganze Liga nicht auf uns angewiesen, dass wir dem HSV den Aufstieg kaputt machen müssen, das war meine ganze Sorge die Saison über. Jetzt haben sie sich mal wieder selber kaputt gemacht. Wie würdet ihr, wie würdet ihr tatsächlich auch am letzten Spieltag aufstellen? Weil das war etwas, was Conti vorhin angesprochen hat und das fand ich persönlich ein interessanter Gedankengang. Mit welcher Mannschaft will man da jetzt eigentlich nach Hamburg reisen? Weil ein Großteil der Spieler, das muss man ganz offen sagen, die ist ja nächstes Jahr auch nicht mehr da oder die will man auch gar nicht mehr haben. Ist jetzt nicht jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht auch ein paar Spielern aus dem NLZ mal die Chance zu geben? Möchte ich jetzt einfach mal in die Runde werfen? Für beide Teams geht es um nichts mehr. Ich bin der Meinung, 50% des Kaders hol oder vielleicht ein bisschen überteben mit 50%, aber nimm NLZ-Spieler mit. So viele wie es geht, Bro. Stell Hangbo endlich wieder in die Startelf, stell mal ein Karn ja vorne rein, Jan Reichert ins Tor, es geht um nichts mehr, probier dich aus, Digga. Wie dein Hofmann von Anfang an meinetwegen, Finjelsch ist sowieso am Start, so. Fester Typ. Komm, probier aus, du hast nichts mehr zu verlieren. Also es könnte, es könnte unter Umständen schon wild werden mit der Aufstellung, könnte, aber ich glaube es beim besten Willen nicht. Außerdem glaube ich, ist es auch ein bisschen undankbar, wenn du jetzt dann im letzten Spieltag beim HSV dann die ersten Spieler reinschmeißt im Volkspark. Puh, also dass die dann da ihr Debüt feiern sollen auch teilweise, weiß ich nicht, aber so grundsätzlich bin ich da schon bei euch, dass da wahrscheinlich eine etwas andere Aufstellung zum Tragen kommt. Ich glaube jetzt nicht, dass Geis, Valentini und Co. oder Martenia von Beginn anspielen werden, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber ja, so NLZ-Spieler jetzt da einfach ranzuwerfen, glaube ich, wird nicht passieren. Ich glaube es auch nicht, dass der NLZ-Spieler in die Startelf packen wird. Ich glaube und hoffe aber, dass er, dass zumindest ein paar Leute mal endlich mitgenommen werden und dann je nachdem auch eingewechselt werden. Es kann irgendwie nicht sein, dass unsere U23 vom als Außenstehender die ganze Zeit sehr, sehr erfolgreich spielt, relativ oft gewinnt, aber der einzige Spieler, der da war, war irgendwie so gefühlt Kania für zweieinhalb Spiele und danach war der auch mal wieder weg. Also ich glaube auch, BeklubTV, dass das eben gesagt undankbar ist. Ich glaube eben auch, dass wir da am Wochenende nochmal, ja, es könnte unfühlen werden und dass da dann direkt NLZ-Spieler als erstes Spiel da so direkt reinzuschmeißen. Ja. Kannst halt auch jemanden verbrennen, damit das mal nicht eigentlich so müssen. Genau, genau. Aber ja. War das nicht die ganze Saison über das Argument, um solche Spieler wie Finjels nicht zu bringen? Da kann ich mich erinnern, das gab doch genau die gleiche Diskussion, dass man sagt, man möchte jetzt nicht irgendwie die Spieler verbrennen. Ich frage mich halt, zu welchem Zeitpunkt will man sie denn sonst bringen, weil wie oft passiert ist, dass wir irgendwie 2-3-0 führen, dass man sagen kann, es ist ein sicheres Ergebnis, um da irgendwie ein paar jungen Spieler reinzuwerfen. Ja. Vor allem ist das ein Spiel ohne Druck gegen den HSV. Jetzt sei es der Volkspark, aber es geht halt einfach um gar nichts mehr. Was wir übrigens noch gegen Elversberg nicht gemacht haben, wir hatten ja glaube ich nicht mal einen NLZ-Spieler auf der Bank. Das ist auch so was. Ja. Es ist ja auch ein Unterschied, ob du einen Finjelsch mal einwechselst, siehst, dass er eine gute Leistung zeigt und ihn auch so immer wieder mitziehst oder jetzt jemanden, der noch nie auf der Bank saß überhaupt oder im Profikader mittrainiert, da jetzt von Anfang an reinwirfst. Ich glaube, das ist ein Unterschied, Profikader mit dabei ist, auch mal eingewechselt wurde, dann sich den Stammplatz erkämpft hat, wo ja dann auch Marquez rausgeflogen ist dafür. Der hat ja einen ganz anderen Prozess durchgemacht, sage ich jetzt mal und ein Spieler, der jetzt aus dem NLZ kommt, der wird ja einfach ins Feuer geworfen quasi. Naja, die Torwartposition ist bei uns eh eine große Baustelle und ziemlich viel rumgerätselt und du kannst logischerweise einfach einen Torwart nicht mit einem Spiel einwechseln. Deswegen würde ich schon sagen, dass Jan Reichert eine Option sein sollte. Du hast ja gesagt, Spieler, die schon mal mit dabei waren, wenigstens mal auf der Bank saßen. Dann ist Julian Kahn ja auf jeden Fall eine Option. Das sollte man mal probieren. Auf der Bank kannst du trotzdem zum Beispiel den Niklas Jahn mitnehmen. Wenn du ganz krass unterwegs bist, nimmst du vielleicht den Dustin Forkel oder so mit, aber das könnte noch ein bisschen zu früh sein. Ich finde schon, dass es genug, ja, das auch. Ich finde schon, dass es ein paar Optionen gibt. Wenn du die dann von der Bank bringst, dann ey, kein Thema, ne? Wenn du die dann irgendwann einwechselst und denen vielleicht mal so 20 Minuten, Viertelstunde, 10 Minuten Spielzeit gibst. Beim Torwart, ja, okay, da sehe ich es noch eher ein vielleicht und bei Kanja sowieso. Aber ansonsten mitnehmen ist ja wieder was anderes wie gleich vom Beginn an spielen lassen und da reinwerfen. Aber so mal einwechseln vielleicht und auch mal ein bisschen reinschnuppern lassen und das Debüt geben in der zweiten Liga, auch wenn es der letzte Spieltag ist und beim HSV, da sehe ich jetzt kein Problem damit. Was ich jetzt so mitbekommen habe aus meinen Quellen, dass es sowieso geplant war, zumindest Jan Reichert ins Tor zu stellen und zwar genau dann, wenn der Klassenerhalt feststeht. Das hat man ihm aber vor, ich glaube, zwei Monaten gesagt und nachdem der Klassenerhalt jetzt erst feststeht, gehe ich mal davon aus, dass der gegen den HSV durchaus auch seine Chance bekommt. Er wird im Chat gefragt, wie er denn so ist, weil man ja eigentlich die U23 gar nicht so häufig sieht. Gibt ja auch leider keine Livestreams im Internet. Ich habe ihn am Freitag gesehen, da muss ich sagen, war ziemlich gut, hat sogar einen Elfmeter gelten. Von daher würde ich einfach mal sagen, ich meine, der ist jetzt so lange schon dabei und irgendwie wartet man seit Jahren darauf, dass er mal irgendwie den nächsten Schritt macht. Das kann er sich dann hoffentlich gegen den HSV beweisen und ich hoffe, es wird nicht so ein Einstand wie von manchen anderen Torwart. Wie ist der Name entfallen? Wie ist unser Torwart damals, der 17-Jährige der Delegationssaison, der da irgendwie ins Tor musste? Benedikt. Benedikt Willert, genau. Der arme Jungbruch, der arme Bro. Ich glaube, so schlimm wird es sowieso nicht werden. Ich weiß nicht genau, wie der HSV auftreten wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch anständig verabschieden wollen, aber so gut sind die auch nicht drauf. Imagine in Paderborn verlieren, also wirklich. Aber ich bin ganz, also mich persönlich, ich bin halt mal, jeder, der den Podcast hört, der weiß, dass ich ein großer NLZ-Fan bin und dementsprechend würde ich mich halt auch mal freuen, wenn da der ein oder andere vielleicht doch mal seine Chance kriegt, weil ich der Meinung bin, gerade auch in den letzten Monaten, hätte man da vielleicht doch den einen oder anderen auch mal bringen können, gerade angesichts des Fakts, dass die U23 die Rückrunde absolut dominiert und ich glaube, die beste oder zweitbeste Rückrundemannschaft ist, hätte es vielleicht der ein oder andere dann auch mal verdient. Konzi hat zwei Namen angesprochen, die ich beispielsweise auch mal cool fände. Wie wird der ausgesprochen? Yigit? Yigit? Irgendwie so? Der LV aus der U23? Rehan Yigit, ja, der ist aber nach der Saison sowieso weg. Er ist weg? Wenn ich mich nicht verwechsel, hat man glaube ich einen Vertrag mit ihm nicht verlängert. Das ist ja grausam, ist er nicht sogar U-Nationalspieler von der Türkei? Er war es mal, aber ich glaube für vor ein paar Jahren. Ja, egal Jungs, Willi Sommer auf der Position, da kannst du nicht viel machen. Das wäre doch mal ein Marketing-Move, oder? Fürs letzte Spiel Willi Sommer gegen den HSV nochmal mitnehmen? Der Mann, der kein einziges, keine, ich glaube, der hat gegen Barat hat er beispielsweise noch nicht mal eine Minute gespielt. Das ist schon, also wenn man das macht, würde ich sogar mir Respekt ablösen. Aber nee. Was sagen wir denn zu Kanja, dass der jetzt auch bei Dynamo Dresden im Gespräch ist, dass er dahin verliehen wird, glaube ich, erst mal, oder? Ich hoffe doch. Also ich glaube, was ich so gelesen habe, dass das Laien sind oder im Kopf sind. Ich hoffe einfach mal, dass er tatsächlich, wenn er hier die Chance nicht bekommt in der neuen Saison und ich glaube, unter Christian Ferd wird das sowieso nicht passieren, dass er einfach tatsächlich mal eine Stürmerlei in der Liga ist, die einschlägt. Weil bei ihm wünsche ich mir halt immer noch, dass er es mal bei uns auch schafft. Das ist halt so ein bisschen die Märchen-Story, die ich mir wünschen würde. Und ich glaube, in Bielefeld oder Dresden, das ist ja das, wo Gerüchte da sind, kann ich mir schon vorstellen, dass er da wirklich auch den nächsten Schritt macht. Weil ich glaube, in der Regionalliga Bayern hat er ja schon erst 20 Tore geschossen, ich weiß es gar nicht mehr. 23. Der Mann ist, glaube ich, für die Regionalliga zu gut, aber für die zweite Liga, wenn man Christian Ferd Glauben schenken mag, halt noch irgendwie nicht. Da wäre es halt irgendwie auch nur logisch, ihm mal in einem Jahr in der dritten Liga zu parken. Und ich traue ihm, ehrlich gesagt, auch deutlich mehr zu, als einem Manuel Winsheimer oder einem German, nicht Schalke. Von daher finde ich das schon okay, wenn man da keine Kaufoption einfach handelt. Wir sind der FCN, natürlich ist da eine Kaufoption mit drin. Und der 14-Jährige noch dazu. Aber Niklas Jahn, der war ja, glaube ich, auch schon des Öfteren mal so nebenbei erwähnt worden. Würde ich dir sagen, den könnte man mal mitnehmen. Der Mann ist gefühlt jedes Mal dabei, wenn Wenderspielpause ist und verschwindet danach wieder. Der ist erst 19, nur so by the way. Er ist ja sogar Vizekapitän der U23. Mit 19. Ja, es ist so ein Spieler, Flo Zenger ist beispielsweise ein extrem großer Fan von ihm. Ist ein bisschen klein für einen Sechser, aber kann ich mir schon vorstellen, dass der offentlich dann auch mal den nächsten Schritt macht. Also ich glaube, an Talenten mangelt es uns wirklich nicht, zumindest in der U23. Aber mal schauen, ob diese Saison noch jemand kommt. Persönlich glaube ich leider nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen. Muss man an der Stelle auch. Ich denke, das wird dann auch die Vorbereitung zeigen, wer da mitgenommen wird. Ja, wir wissen ja vor allem noch nicht mal, wie es nächste Saison überhaupt ausschaut. Wir wissen nicht, wer ein neuer Sportverstand wird. Wir wissen nicht, ob der Trainer bleibt beziehungsweise vor die Tür gesetzt wird. Wir kennen den Kader nicht. Der neue Trainer müsste sich ja dann auch erst mal ein Bild machen vom Kader und von den U-Mannschaften und so weiter. Das ist ein valider Punkt. Wir wissen halt, wie gesagt, eigentlich noch gar nichts über die neue Saison, außer, dass vielleicht Phil Jeltsch da bleiben wird und Janis Horn. Und das war es dann irgendwie auch. Und Lukas Schleimer. Und der Rest ist gefühlt, kann gehen, kann nicht gehen. Ich schaue hier gerade in den Chat, ob hier noch interessante Beiträge verfasst wurden. Scheint nicht so zu sein. Wollen wir mal kurz zum HSV-Spiel gehen? Auch wenn jetzt keine neuen Junioren-Spieler die Chance kriegen oder NLZ-Spieler, würdet ihr sagen, das kann auch gegen den HSV noch was werden? Oder glaubt ihr, das war jetzt Elversberg eher so eine Ausnahme und wir spielen eigentlich so wie immer in Hamburg? Wir spielen so wie immer. Das würde wie ein typisches FCN-HSV-Spiel. Ja, dadurch, dass du beim FCN jetzt, okay, bis auf das Spiel jetzt vom letzten Wochenende, dass du da beim FCN die Saison eigentlich immer voraussagen konntest, zum Großteil, wie die Spiele ausgehen, vor allem gegen so Gegner wie Schalke, wie gegen den HSV, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir beim HSV es wie immer machen und halt einfach in Hamburg dick abkacken und verlieren. Wie hoch? Keine Ahnung. Aber dadurch, dass es jetzt für beide um nichts mehr geht, ist natürlich die Hoffnung da. Allerdings, HSV, du hast es vorhin schon erwähnt, wird sich wahrscheinlich auch noch gebührend verabschieden wollen aus dem Volkspark, vor heimischem Publikum. Ich glaube, da kommt der FCN vielleicht gerade recht, wer weiß, aber ja, so richtig optimistisch bin ich da nicht. Ja, ich schließe mich dem an, man darf zudem nicht vergessen, wir haben gegen den HSV unseren einzigen Offensivspieler, der die Saison was geleistet hat, nicht dabei. Von dem her, gegen den HSV holen wir traditionell nichts. Ich schließe mich da eure Meinung an. Hast du nicht in deiner Aufzählung Sebastian Andersen als Offensivspieler vergessen, der uns retten wird gegen den HSV? Nein, den habe ich nicht vergessen. Oh. Gut. Konzi? Ja. Keine. Läuft scheiße. Ach so. Für was soll uns Andersson denn retten? Vor der Niederlage? Vor Thorn. Vor Thorn, ich weiß es nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es gegen den HSV jetzt irgendwie besser wird. Was mich persönlich interessieren würde, ist, was jetzt dieser Sieg gegen Elversberg ausmacht, gerade auch in der Bewertung des Trainers. Ob er sich sozusagen damit irgendwie, selbst wenn er nicht gehen würde, ob er sich seinen Job dadurch erhalten hat oder beziehungsweise ob das dann in der Gesamtbewertung noch so ins Gewicht fällt, weil man sagt, okay, der Abschluss der Saison, selbst wenn es gegen den HSV nicht so laufen wird, war doch noch einigermaßen ordentlich. So ein bisschen selbstbeweihräuchernd ist ja auch das eine oder andere Mal hier auch schon mal passiert. Glaubt ihr, wenn wir gegen den HSV verlieren, dass wir dann wieder eine Trainerdiskussion haben? Die werden wir so oder so haben, egal wie das Spiel beim HSV ausgeht. Dafür war einfach die Rückrunde viel zu schlecht und der Sieg, ja, wir haben jetzt am Wochenende gegen Elversberg eine etwas bessere Leistung gezeigt, dennoch ist das eine allgemeine Rückrundeleistung, Personalien, Hacking hin oder her, wo der Trainer auch einen sehr, sehr großen Anteil hat und wo man glaskleine Trainerdiskussion aufmachen muss. Wir sind in die Saison gegangen, das offizielle Ziel hat, glaube ich, einfach geheißen, das Ganze zu stabilisieren, aber eventuell mit Platz 1 bis 6, was wir klar verfehlt haben, ja, wir haben einen Punkt mehr. Von welcher Saison redest du? Aber bitte? Von welcher Saison redest du jetzt? Von der? Es gab doch gar keinen Saisonziel. Dieses Mal nicht, nein. Die haben einfach gar nicht gesagt. Die haben gesagt, also nach der letzten Saison, glaube ich, haben sie gesagt, gut, damit wir keine Fehler machen können, veröffentlichen wir einfach gar nichts. Mittelfeldplatz. Selbst in der Jahreshauptversammlung wurde einfach nichts über das Saisonziel gesagt. Ich glaube, die hatten einfach Angst, dass das wieder so nach hinten losgeht. Okay, dann habe ich mir irgendwas eingebildet. Tut mir leid. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach der letzten Saison wieder irgendwie 1 bis 6 ist. Es würde mich für Dieter Hecking echt nicht wundern, aber ich glaube, nee. Es war letzte Saison, was du meintest. Okay, tut mir leid. Dann habe ich. Hat er sein Saisonziel sogar in der Winterpause dann auf der Jahreshauptversammlung hat er es ja nochmal wiederholt, dass er dann auch immer noch davon ausging, dass das noch zu schaffen wäre, aber für die Saison gab es eigentlich kein Ziel. Aber ich gehe da mit dir auf jeden Fall konform, dass man jetzt aufgrund dieser übelst schlechten und die war übelst schlechte dieser Rückrunde, dass man da jetzt nicht von einem Spiel oder selbst wenn du jetzt beim HSV irgendwie gewinnen solltest, dass du da jetzt irgendwie ja, keine Ahnung, da keine Trainerdiskussion aufmachen solltest oder dich nicht zumindest damit befassen solltest, weil das muss schon aufgearbeitet werden und da machen jetzt zwei gute Spiele oder sagen wir mal ein gutes Spiel, weil wir gehen ja alle davon aus, dass es beim HSV nichts wird, die machen das Kraut jetzt auch nicht mehr fett. Konzi? Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Das ist sehr gut. Ja, bleibt abzuwarten, wie sich die Personalie entwickelt. Persönlich glaube, dass man, dass mich das gerade nachdem der Aussichtsrat ja anscheinend irgendwie sehr stark hinter Christian Fjell steht, dass man da vielleicht doch ein paar positive Ergebnisse zum Schluss vielleicht ein bisschen als Vorwand nehmen könnte, aber das ist von meiner Seite aus nur Spekulation. Was gibt es denn hier so, was wurde hier im Chat denn noch so gesagt? Meinung zu Janda? Kann ich nicht sagen. Hat irgendwer von euch mal Janda spielen sehen? Nee. Nein. Sehr gut. Dann müssen wir doch vertrauen, dass die FCN-Scouts an der Stelle gute Arbeit geleistet haben. Ja, Mikulain. Hier wird noch eine Low Camper-Gala gegen Hamburg vorhergesehen. Das tut mir leid, dass du das glaubst. Nächste Saison bitte kompletten Neustart in allen Ebenen. Ich glaube, da werden wir sowieso nicht darum herumkommen. Wann glaubt ihr denn, dass wir da zumindest was die Personale des Sportvorstands angeht mal ein bisschen Gewissheit haben? Eigentlich müsste es doch relativ bald sein, weil wir haben ja anscheinend laut Gerüchten ja schon ein paar Spieler, die wir eigentlich verpflichtet hätten wollen, schon noch unter Dieter Hecking und die nur auf den Klassenerhalt gewartet haben. Aber eigentlich müsste, was das angeht, ja doch ziemlich bald mal Vollzug gemeldet werden. Ich hätte es nach dem HSV-Spiel eigentlich. Es hieß ja, sie haben schon ein, zwei Top-Kandidaten. Allerdings, wann sich da entschieden wird oder für wen letzten Endes oder wer das überhaupt ist, keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, erst nach Pfingsten, also ja, nach dem HSV-Spiel, dass da irgendwie in der Woche gegebenenfalls der Vollzug gemeldet wird. Es kann sein, dass ich gerade schon wieder aufs Verwechseln habe, aber ich meine, mal irgendwo gehört zu haben, auch nach Pfingsten, rund um Pfingsten, soll der neue Sportvorstand vorgestellt werden. Wäre man an der Zeit, weil ich glaube, die neue Saison muss jetzt auch nochmal geplant werden. Können uns eigentlich gerade bei dem großen Umbruch jetzt keine große leere Wartezeit wie bei Paddy Kutcher damals, können wir uns eigentlich nicht erlauben. Aber gut, das bleibt auch abzuwarten. Es ist viel Spekulation, was das eigentlich dieses Jahr ist, weil wir einfach über noch nichts Bescheid wissen. Und zu dem Zeitpunkt in der Saison, wo wir uns jetzt befinden, ich meine, auch schon weit vorher, da hast du ja quasi schon zwei Pläne in der Schublade. Also daher, du musst ja schon sehr, sehr weit in der Rückrunde anfangen, dann schon für die nächste Saison zu planen. Und da musst du, also wir mussten es leider, weil ich denke, ja, Hecking hätte auch damit gerechnet, dass wir viel früher die Klasse halten oder das safe machen, fix machen. Aber du musst ja da schon zwei Pläne in der Schublade haben. Also ich denke, da wird schon... Entschuldigung. Mach ruhig weiter. Okay. Wird bei dir gerade eingebrochen, Digga? Was ist da? Ja, es wurde gerade bei mir eingebrochen. Live High-Checking. So, ich bin wieder da. Entschuldigung. Was habt ihr gesagt? Sorry, ich habe gerade also, nee. Dass es halt eigentlich schon einen Plan geben muss, also zumindest... Ja, du kannst jetzt nicht natürlich in die Vollen gehen, weil du keinen Sportvorstand hast, etc. Aber es muss auf jeden Fall schon ein Plan vorliegen, schon lange eigentlich. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vor allem sollte sich der FCN ja auch mal darauf versteifen, für was er denn jetzt eigentlich stehen will. Welche Philosophie will er verfolgen? Was soll gespielt werden? Und so weiter. Weil wenn du jetzt wieder irgendwie alles auf links drehst, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Da fängst du ja wieder, da fängst du ja noch mehr bei Null an, als wie jetzt schon. Nein, Dieter Hecking ist bei mir nicht eingebrochen und verprügelt mich auch nicht für kritische Aussagen der letzten Monate. Die bleiben bestehen. Ich finde es ein bisschen traurig. Die BILD weiß normalerweise über alles Bescheid, aber was die Kandidaten angeht, ist es mir aktuell etwas zu ruhig. Die erfüllen ihren Zweck nicht, uns kopf zu informieren, über wen spekuliert wird. Ich muss übrigens jetzt den Namen nachdenken, von denen ich letzte Woche nicht im Hinterkopf hatte, der Kandidaten. Es hieß ja, dass der FCN eventuell auch an Jotik Charlotte Patialexio interessiert sei. Ich hoffe, ihr habt den Namen einigermaßen sehr gut. Gesundheit. Bitte? Ex-DFB. Ex-DFB, der Mann, der steht für Erfolg für die Letzte. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der so sinnvoll, ich möchte mir keine Meinung erlauben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe was Sportvorstände angeht, keine Ahnung. Ich glaube, da geht es mir wie eigentlich allen von euch. Da müssen wir einfach darauf vertrauen, dass zumindest jetzt, wo ja mal sportlich sportlich qualifizierte Leute mal die Vorauswahl über den Sportvorstand Prosten übernehmen, an der Stelle mal leise Kritik an Dr. Thomas Gretlein, dass man da jetzt einfach auch eine bessere Entscheidung hat, weil die letzten zwei Oho, lass das gewisse Leute nicht hören. Die sind heute, glaube ich, uns hören sowieso nicht zu. Man könnte ja noch erwähnen, dass ein Ex-Sportvorstand aufgestiegen ist. Darüber wollten wir ja gleich, weil wir können eigentlich jetzt gerade drüber reden, das sind ja schon die ersten Entscheidungen gefallen in der Liga Osnabrück, ja gut, ist schon seit letzter Woche abgestiegen und wir haben die ersten zwei Aufsteiger beziehungsweise die beiden Aufsteiger, wenn man sich mal die Vergangenheit so anschaut, wird es Düsseldorf wahrscheinlich in der Relegation nicht schaffen, aber St. Pauli und Kiel haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, glaube ich, auch von unserer Stelle, kann man sagen, ist verdient, haben wir Fußball gezeigt, den wir gerne gesehen hätten hier, aber nie zu sehen genommen haben diese Saison. St. Pauli mit Andreas Bornemann ist natürlich auch eine spezielle Geschichte, ich habe mir gedacht, also vielleicht hat er jetzt dieses Mal gelernt, einen Bundesliga-tauglichen Kader zur Verfügung zu stellen. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall gewünscht, das war, glaube ich, vom Niveau her deutlich mehrere Stufen über uns dieses Jahr, von daher muss man, muss man das neidlos anerkennen. Bei Kiel finde ich es ein bisschen schade, weil die eigentlich im letzten Jahr teilweise sogar noch vergleichbar mit uns gespielt haben, aber die hatten einen ähnlich krassen Umbruch, also den wir jetzt vor uns haben, hatten die ja zu dem Zeitpunkt dann. Wir hatten ja, wir hatten ja letzte Saison einen Podcast mit zwei freundlichen Kielern, die haben tatsächlich auch gesagt, dass es einen Umbruch gab, dass der Trainer da auch in der Kritik stand und so weiter, aber das war halt im Vergleich zu uns halt alles ein deutlich kleineres Level. Die haben sich dann, glaube ich, über Platz acht oder so aufgeregt, das ist halt was, wo ich mir sage, okay, da würde ich Luxusprobleme. Da würde ich mich auch gerne drüber aufregen. Ja gut, wobei man sagen muss, also ich bin ehrlich, ich freue mich vor allem für Kiel, die haben es nach diesen zwei Relegationspleiten gegen Wolfsburg und gegen Köln, war es glaube ich, oder? Ja. Ja, ja, bei Köln. Haben es einfach, vor allem, sie haben, die gegen 60 sind ja auch schon mal in der Relegation gescheitert, also bei denen war es einfach auch mal überfällig, dass sie aufsteigen, auch wenn ich befürchte, dass das dann so ausgeht wie bei Darestadt nächste Saison, aber ist ein anderes Thema. Viel Spaß in der Bundesliga, äh, sind auch zwei, äh, ein bisschen uneigennützig, äh, sind zwei, zwei lange Auswärtsfahrten weg. Ähm, viel Spaß in der Bundesliga, wir dürfen uns dann wahrscheinlich auch Mannschaften freuen wie, wie Köln, ist auch nicht schlimm, auch nicht schlecht. Ja, vor allem mit ihrem, äh, Transferbann, ich glaube, der ist ja immer noch, äh, aktiv, dann wird's... Ja, der gilt dann auch für nächste Saison. Ja, dann, dann wird's bitter, glaube ich, wenn sie da runter müssen, weil da werden wahrscheinlich auch viele Spieler dann den Verein verlassen und, äh, da bin ich dann mal gespannt, wen die dann so, äh, aufs Feld zaubern. Die machen jetzt das Bielefeld oder das, das Paderborn, als Paderborn noch eine Achterbahnmannschaft war, die steigen jetzt einfach nochmal ab. Alles im Bereich des Möglichen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Freund des FC St. Pauli, aber man muss natürlich auch sagen, dem HSV geht's jetzt quasi so wie uns vor ein paar Jahren, dass der, äh, ewige Rivale dann auch mal in der Saison, äh, eine Klasse höher spielt. Absolut, absolut. Ich meine, es ist für den HSV auch eine Demütigung. Äh, muss man auch mal schauen, wie die sich nächstes Jahr entwickeln, wobei ich mich jedes mehr aufs Neue frage. Wie kommen die jedes Mal nochmal so zurück, Alter? Wie kommen die jedes Mal bis zu Platz vier? Frage jetzt, ich frage jetzt in der fünften Saison oder so, Bruder. Siebtes Jahr, siebtes Jahr. Sechste, siebte, was weiß ich, wie lange die schon da unten sind, jedes Mal vierter, fünfter Platz, dritter, zweimal, Alter, das gibt's doch nicht. Formulier die, formulier die. Sorry, ich glaube sogar irgendwo gelesen zu haben, dass der HSV der neue Dino in der zweiten Liga ist. Die sind, das sind sie tatsächlich, ich glaube, die sind, die sind vor uns jetzt die am längsten in der zweiten Liga bestehende Mannschaft. Ich glaube, da kann man auch mal... Respekt. Ich formuliere Konzis Frage mal um. Die Frage ist eher, wie schafft es der HSV eigentlich jedes Jahr sich so dermaßen finanziell aufzustellen, dass man einen Kader für Platz vier jedes Jahr aufs Neue hinstellen kann und trotzdem versagen kann. Frag mich, wo kriegen die ihr Geld her? Weil irgendwie müssten die ja auch mal bei dem Gehaltsetat mal irgendwie Geld einnehmen. Kühne. Aber gut. Stadion, denen gehört das Stadion. Das unterschätzt man, glaube ich, auch, was die da an Einnahmen haben. Das ist ja auch regelmäßig voll. Auch die VIP-Sachen und so weiter. Also die haben da schon noch ihre Mittel, glaube ich. Das ist ja das, was uns auch abgeht. Ich meine, wenn wir jetzt mit dem neuen Stadion anfangen wollen, ich glaube nicht, aber das sind ja so Dinge, die dem FCN seit Jahren abgehen, diese Einnahmen. Aber wir haben ja jetzt mit Can Usun und das wurde ja, glaube ich, auch schon indirekt bestätigt. Nächstes Jahr ein Transparency von sechs Millionen, beziehungsweise fünf bis sechs Millionen. Da sollte guter Sportvorstand mit ein paar Connections eigentlich auch einen Kader zusammenstellen können, oder? Mindestens Oberbetabellenhälfte, Bro. Eins bis sechs, na Quatsch. Finde ich angemessen. Also ohne Witz. Wir waren, glaube ich, die letzten Jahre, was den Etat angeht, immer unter den ersten sechs bis sieben Mannschaften. Sind wir nach wie vor. Und das ist halt etwas, wo ich sage, es gibt Leute, die finden die Argumentation nicht gut von mir aus. Aber ganz ehrlich, wenn der Etat auf Platz sechs bis sieben ist, dann muss die Endplatzierung auf Platz sechs bis sieben sein. Weil sonst hat man einfach schlichtweg schlecht gewirtschaftet, weil man einfach den Leuten zu viel Geld gegeben hat, die es offensichtlich nicht wert sind. Und man kann jetzt, man kann mich jetzt da verrückt halten für, aber ganz ehrlich, irgendwann muss man halt auch mal wieder höhere Saisonziele setzen. Und ich rede jetzt nicht irgendwie vom Aufstieg oder so, aber Platz sechs muss doch irgendwann auch einfach mal wieder drin sein. Also ich kann mir doch keiner sagen, dass so Vereine wie, ist jetzt mal ohne Hate und so, aber das Vereine wie Karlsruhe oder Paderborn oder selbst Hannover, die Westvorstadt, dass die einfach vor uns landen, das finde ich persönlich eine Frechheit. Beide Aufsteiger dieses Jahr haben jetzt, es ist innerhalb eineinhalb oder maximal zwei Jahre geschafft, einen Umbruch zu starten, damit aufzusteigen. Fabian Hürzler, gut, der war vorher Co-Trainer, aber der ist jetzt eineinhalb Jahre im Amt aufgestiegen. Bei Kiel, ich glaube, der Trainer ist zwei Jahre im Amt, wenn es mich nicht täuft, hat auch einen Umbruch. Du hast es eben schon gesagt, die haben letztes Jahr teilweise noch ähnlich wie wir gespielt und haben es jetzt auch geschafft. Ich frage mich, warum schaffen es die anderen irgendwie immer und wir irgendwie nie? Aber das ist auch irgendwie so eine Frage, die stellen wir uns dauernd beim FCN. Die stellen wir uns seit 2018, stellen wir die uns eigentlich durchgehend? Das liegt am bösen, bösen Umfeld. Genau, am Umfeld. Wir sind einfach zu kritisch. Nee, aber du musst jetzt, also ich meine, ich weiß nicht, wie die Erwartungshaltung jetzt für die nächste Saison ist. Ich halte da, glaube ich, erstmal den Ball flach. Also ich hoffe natürlich, dass es besser wird. Ich denke, das hofft ja jeder, dass es jetzt endlich mal auch wieder aufwärts geht und so weiter. Das hatten wir am Anfang dieser Saison auch schon gedacht, dass jetzt mal sich irgendwie was entwickelt und so. Aber wenn du so viele Abgänge, Zugänge hast, etc., neuer Sportvorstand, gegebenenfalls sogar neuer Trainer. Also ich weiß nicht, ob man da mit oberer Tabellenhälfte rechnen sollte. Ich bin ehrlich, bei dem Etat, den wir haben und dem Fakt, dass wir einen relativ großen Umbruch haben, das sehe ich tatsächlich gar nicht als Risiko, sondern auch als Chance, sich von gewissen Altlasten zu befreien und jetzt tatsächlich auch mal den Kader zusammenzustellen. Am besten einen Trainer, dem man auch zwei Jahre Zeit gibt, dass man dann sagt, okay, welchen Fußball wollen wir spielen? Und ich meine, viele Trainer, die haben halt einen Kader und dann müssen sie halt schauen, was sie mit dem Kader machen. Ich glaube jetzt, gerade wenn man vielleicht auch einen neuen Trainer nimmt, ich weiß, es gibt viele Leute, die sind gegen Christian Fehl noch positiv gegenüber, das soll der neue Sportvorstand erscheinen, aber wir müssen halt auch, denke ich, jetzt wirklich mal in so einen Rhythmus kommen, dass wir zwei Jahre am Stück, dass wir sagen, okay, vielleicht zwei Jahre tatsächlich mal in Richtung Aufstiegsplätze, dass wir mal über zwei Jahre einen relativ gleichen Kader haben, also jetzt nicht wie die letzten Jahre, dass wir dann jedes Jahr relativ teuer zwei Spieler oder so verkaufen müssen. Ich glaube, das Problem haben wir jetzt hoffentlich zumindest für ein, zwei Jahre nicht mehr, dass man sagt, okay, man kann sich halt langsam mal an irgendwas festhalten, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe langsam halt wirklich keine Lust mehr, jedes Jahr aufs neue Gegendenabstieg zu spielen, weil ich persönlich zum einen finde, dass wir, wenn wir ehrlich sind, es auch mal verdient hätten, abzusteigen nach den Leistungen in den letzten Jahren, aber ich finde, da muss halt auch mal ein Umbruch her, also so wirklicher Umbruch und zwar auf allen Positionen und ich meine, jetzt haben wir einen neuen Sportvorstand, das soll man auch als heute mal eigentlich auch als Chance begreifen, vielleicht baut er noch ein bisschen das Scouting um und dann denke ich, hat man vielleicht doch die Chance, dass man in zwei Jahren auch mal wieder oben angreifen kann. Also so eine Kiel-Story, die würde ich hier halt auch schon ziemlich gerne sehen. Selbstverständlich, ich meine, ich will es ja auch gar nicht in Abrede stellen oder so, also mir geht es ja da ähnlich wie euch oder wie dir, ich meine, natürlich muss man das als Chance sehen und ich bin ja auch froh, dass uns da viele von diesen, wie du schon sagst, Altlasten verlassen werden und hoffentlich auch noch mehrere hinzukommen werden, wen haben wir jetzt vorhin alles aufgezählt und dass da auch wieder frisches Blut, nicht nur aus dem NLZ, sondern allgemein durch Transfers, durch hoffentlich gute Transfers dann in die Mannschaft fließen, aber das wird halt schon ein knackiger Umbruch werden. Dementsprechend muss halt auch, müssen die Rädchen ineinander greifen, da muss vieles passen halt auch. Dementsprechend finde ich das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, mit den zwei Jahren gar nicht mal so verkehrt, weil ich denke, im ersten Jahr könnte es vielleicht noch schwierig werden, im zweiten Jahr sollte sich dann aber schon was rauskristallisieren. wenn es aber so läuft wie bei Kiel, hey, dann bin ich der Letzte, der irgendwas sagt. Konzi, wie schaut dein Konzept aus? Mein Konzept ähnelt deinem, oder was heißt ähnelt deinem? Ich stimme dir eigentlich da weitestgehend zu. Ich finde das, eben wie du am Schluss gesagt hast, ich finde das wirklich eine bessere Idee, wenn du dem Trainer, wenn es auch ein neuer Trainer sein muss, neuer Sportvorstand, gib dem Ganzen mal zwei Jahre Zeit. Ich glaube, nach der ganzen Scheiße, die wir jetzt die letzten Saisons ertragen mussten, ich finde, wir sind irgendwie so ein bisschen, irgendwie sind wir so von der Leistung her so ein bisschen das Augsburg der zweiten Liga, Digga. Wir dümpeln immer irgendwo rum, wenn es sein muss, unten, aber irgendwie sind wir dann doch nächstes Jahr wieder dabei. Ich glaube, einfach so zwei Jahresplan und dann wieder oben angreifen, für ganz gut. Je nachdem, Sportvorstand, ich kenne mich damit absolut nicht aus, Alter, Personalien, Alter, kein Plan. Trainer bin ich mir ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen uneins, ob das jetzt mit Christian Fehl ein guter Weg ist oder ob man sich wirklich nochmal umschauen sollte und dann, ich hoffe einfach, dass da einfach bessere Arbeit geleistet wird als die ganzen Jahre davor. Jetzt vielleicht nicht komplett auf Krampf innerhalb von einem Jahr, aber ja, es soll einfach besser werden. ich will nicht jedes Mal, eigentlich sitzen wir ja mittlerweile jedes Mal nach der Saison da und sagen, hey, es war scheiße, wir hatten mal so kurzen Lichtblick für zwei Spiele, dann war es wieder scheiße, aber zum Glück ist es rum und wir haben die Klasse gehalten. Und auf den Müll habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr. Es ist halt vor allem extrem deprimierend, weil es ist, ich habe, ich spreche auch mit vielen Leuten und ich muss sagen, es macht sich so ein bisschen so eine kleine Club-Depression auch langsam breit oder so eine ich habe irgendwie keinen Bock mehr Mentalität. Ich meine, Michel hat es vorhin gesagt, es braucht vielleicht auch nicht viel, um den Verein mal wieder aufzuwecken. Es ist ja sicherlich vielleicht auch einer der Vorteile eines Traditionsvereins, dass man da relativ schnell eine gute Stimmung kriegt, aber ich glaube, viele Leute haben da mittlerweile nach den letzten Jahren, die sind einfach sehr stark am Resignieren, weil einfach gefühlt nichts vorangeht. Man wird irgendwie von Jahr zu Jahr von Mannschaften überholt. Ich meine, bei mir geht es ja auch nicht anders. Wenn ich jedes Jahr sehe, dass die Westforsstadt vor uns landet, obwohl die dieses Jahr einen absoluten Scheißfußball spielt, das nehme ich persönlich, das sehe ich persönlich als Angriff, oder dass das ein Verein wie Elversberg vor uns noch gelandet ist, das sind einfach Sachen, die dürften nach meinem Verständnis bei einer guten Arbeit im Verein einfach schlichtweg auch nicht passieren. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen aktuell auch so ratlos macht, weil ich sehe halt seit Jahren irgendwie, dass es woanders läuft, dass andere Vereine irgendwie ein Konzept haben, das größtenteils auch funktioniert, wenn man nicht gerade der 1. FC Köln ist oder so, oder Schalke 04. Aber bei uns, ich habe das Gefühl, alle Entscheidungen, die bei uns irgendwie geklopfen werden, die gehen nach hinten los. Und das nervt halt absolut. Ja, da bist du am Anfang irgendwie immer noch so ein bisschen optimistisch, dass das vielleicht laufen könnte, dann siehst du vielleicht auch hier und da, dass so eine kleine Entwicklung stattfindet und dann auf einmal ist wieder so ein krasser Bruch drin beim Klub, wie jetzt in der Saison auch, jetzt nicht nur von der Rückrunde, sondern auch schon in der Hinrunde teilweise. Und dann ist wieder so ein krasser Bruch drin und wo du dir dann auch denkst, was ist jetzt von heute auf morgen wieder passiert? Man kann es sich teilweise ja auch gar nicht erklären und wie du schon sagst, dass halt Westvorstadt, ja, okay. Aber wie gesagt, Elversberg und Co., dass die jetzt auch vor uns stehen, dass jetzt uns auch Schalke sogar wieder überholt hat. Ja, das ist ja auch ein Wunder in der Hinsicht. Aber irgendwie wundert es einen auch nicht. Und diese Klub-Lethargie, sage ich jetzt mal, die nehme ich aber auch wahr. Also ich glaube, ich muss mich jetzt da in der Hinsicht auch mal outen, dass ich so selten wie nie mit der Dauerkarte im Stadion war, weil ich mir oft genug, vor allem in der Rückrunde gedacht habe, ich habe einfach keinen Bock. Und natürlich habe ich es mir gegeben, aber da ist, glaube ich, keiner gefeit davor, dass man da in diese Lethargie, in diese FCN-Melancholie, wie man es auch immer nennen möchte, fällt. Aber ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, es fehlt echt nicht viel beim Klub. Beim Klub, die Fans geben sich ja inzwischen mit so wenig zufrieden. Wenn da mal was kommt und da so eine leichte, ich will nicht sagen Euphorie entfacht wird, aber die kommt ja beim Klub eh immer schnell, dann kann das auch sehr, sehr schnell wieder zurückkommen alles. Und da hat man auch wieder Bock drauf und so. Aber dafür müsste halt jetzt auch endlich mal wieder was vorwärts gehen. Ja, ich glaube, Paddy passt das hier im Chat, fasst das hier gut zusammen. Das ist jedes Jahr das gleiche Anfang der Saison kommt Euphorie, ein paar gute Spiele und am Ende machen wir einen 33-34-Spieltag in Klassenhalt safe und stehen wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Mit Ausnahme von dem einen Robert Klaus, ja, war das, glaube ich, seit dem Abstieg aus der eigentlich, eigentlich spielen wir ja seit sechs Jahren immer gegen den Abstieg. Jede Saison immer wieder von Null anfangen irgendwie. Ja, ich habe immer das Gefühl, man startet dann immer, wenn andere sich pro Jahr bei einem 100-Meter-Lauf gefühlt pro Jahr fünf Meter dazu verdienen, starten wir immer wieder bei Null. Und dann kommt immer eine gewisse Euphorie rein, gerade wenn dann so Top-Transfers getätigt werden von, keine Ahnung, von einem sehr guten Stürmer, der vorher bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga sehr viele Tore geschossen hat zum Beispiel. Und dann überzeugen die alle trotzdem irgendwie nicht. Und dann kommt dann irgendwie so der Bruch und der war halt bei uns dieses Jahr, muss man halt sagen, war das Paderborn-Spiel, wo gefühlt danach gar nichts mehr geklappt hat. Manche würden sagen, das ist so, das Paderborn-Spiel war sozusagen das neue Sandhausen. Aber es ist halt, es ist halt echt klasse, muss ich wirklich sagen. Also es ist, wir bewegen uns gefühlt nicht vorwärts. Und mag sein, dass wir jetzt zumindest mal wieder Geld haben, aber ich beneide, oder bin ich ehrlich, den neuen Sportverstand überhaupt nicht. Wir hatten eine Menge Arbeit zu erledigen. Und hier wird jetzt im Chat geschrieben, dass die Bild anscheinend einen Artikel veröffentlicht hat, in dem steht, dass bis Ende Mai erst der neue Sportverstand kommt. Bis dahin Reppe und Fjell an Neuverpflichtungen arbeiten, weiß ich jetzt nicht. Ob das stimmt? Das klingt irgendwie danach, dass die Weichen für die neue Saison super gestellt sind. Ja. Die Aussage war mit Ironie gefüttert. Also ich habe Ihnen gerade offen den Artikel. Da ist auch ein Zitat drin von Klubboss Peter Mayer, der sagt, wir haben eine breite Auswahl an Kandidaten, deswegen werden wir alle auch sorgfältig prüfen. Unser Ziel ist es, bald möglichst einen neuen Sportvorstand präsentieren zu können. Spätestens Ende Mai soll der Hacking-Nachfolger gefunden sein. Die Kaderplanung und mögliche Neuverpflichtungen soll das Warten auf den neuen Boss, also auf die Kaderplanung soll es keinen Einfluss haben, da Sportdirektor Olaf Rebbe und Cheftrainer Christian Feld derzeit die Arbeit übernehmen. Ein klares Indiz, dass der FCN mit beiden auch in der neuen Saison weiterarbeiten möchte. Das finde ich ehrlich gesagt sehr mutig, weil der Aufsichtsrat überhaupt gar keine Kompetenzen hat, zu entscheiden, wer Trainer ist und wer Sportdirektor ist. Das steht Ihnen gar nicht zu, das ist eigentlich die Aufgabe, der Sportvorstand ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man vielleicht in einem Nachsaison-Podcast mal ansprechen sollte, in wiefern der Aufsichtsrat eigentlich auch Schuld hat an der Situation. Das würde dann eigentlich auch dafür bedeuten, dass das Spiel gegen HSV auch Christian Fjellseite eigentlich keinerlei Auswirkungen haben wird, egal wie es ausgeht, weil ansonsten würde man ihn ja nicht irgendwie mit involvieren bei Transfers, weil man natürlich auch da sagen muss, also wenn jetzt irgendwie haufenweise Transfers getätigt werden, die der Sportvorstand an wir rum nicht möchte, da sehe ich halt auch schon wieder irgendwie relativ großes Konfliktpotenzial, aber mal schauen, wie es jetzt so weitergeht. lieber, lieber, überlegen sie ein zweites, drittes Mal über den Kandidaten, als dass sie den Dieter Hecking machen und irgendwie nach einer Auswärtsfahrt aus Baden-Württemberg einen Trainer entlassen, weil ihn mal so zumute ist danach. Ist es, glaube ich, vielleicht auch nicht schlecht, dass man mal ein bisschen noch länger überlegt, ob die Person die wichtig ist. Ich denke, ja, es ist schon okay, wenn sie also, wenn das jetzt für Jell spricht, mal angenommen und die sprechen sich da ab und aber es ist schon auch irgendwie, hat es schon wieder was vom Spiel mit dem Feuer, ich weiß nicht, so leicht. Ja, es ist halt, also es passiert beispielsweise, wenn der neue Sportvorstand den Trainer gar nicht möchte und trotzdem der Trainer jetzt schon Spieler verpflichtet hat, wie er selber möchte. Das ist irgendwie, oder nehmen die jetzt nur einen Sportvorstand, der jetzt unbedingt mit Christian Fell weitermacht, dann ist es halt auch wieder irgendwie ein extrem starker Eingriff in das, was in die Arbeit des Sportvorstandes, weil es eigentlich dessen Zuständigkeit ist. Äh, da, da kann die nächsten Wochen auch sehr viel passieren, für dich, äh, mal schauen, mal schauen, ob die Bild da up to date ist. Aber ich sehe, ich bin da ganz bei dir, also das hat schon irgendwie was von einem Feuer, das, wenn man nicht aufpasst, sich sehr stark entfachen kann. Aber gut, äh, das ist jetzt auch alles an der Stelle, an der Stelle nur Spekulation, ähm, Elia schreibt hier noch, er glaubt, dass jetzt leider auch, äh, alle zufrieden sind, ja, zufrieden würde ich jetzt nicht sagen, aber das hat, das, 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 finde ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch, wenn beispielsweise mit, mit Olaf Rebbe und Christian Fjell, zwei Personen, die ja immer noch sehr stark in der Kritik stehen, der jetzt den, den Kader planen soll, obwohl man selber noch gar nicht so wirklich weiß, ob die nächstes Jahr noch da sind. Weiß auch nicht, ob die, die Aufarbeitung dann im Aufsichtsrat dann so detailliert sein wird, keine Ahnung, ähm, gut, das müssen wir, müssen wir die nächsten Wochen schauen, das ist, äh, jetzt halt alles nur Spekulation. An der Stelle würde ich vielleicht noch mal den Chat fragen, habt ihr noch irgendwie Lust, über irgendein Thema zu reden? Dann schreibt es jetzt oder schweigt für immer, beziehungsweise bis zur nächsten Woche, wie wir werden. Bis nächste Woche, wollte ich sagen. Ähm, aber es scheint nicht so zu sein, als ob da jetzt noch irgendwie die großen Themenvorschläge sind, ähm, dann würde ich die Gäste fragen, wollt ihr noch über was reden, euch noch über irgendwas aufregen? Hat euch irgendwas genervt, was ihr unbedingt mal öffentlich sagen wollt? Grundsätzlich, glaube ich, haben wir alles durch, soweit. Das glaube ich auch, mir fällt gerade auch nichts mehr ein. Ich denke, wir haben jetzt wieder, wie lange, anderthalb Stunden gebetet? Ja, wir haben eigentlich sozusagen schon einen Teil des, äh, Nachbereitungspodcasts der Saison, das, äh, der Special Podcast schon vorweggenommen. Ähm, aber 90 Minuten... Zehn Minuten Timeout für den, der geschrieben hat, ich hoffe, Danny Bloom kommt zurück. Ähm, das ist, am besten auch sein Bruder holen, ich glaube, der Mann wird geblockt und öffentlich, öffentlich in Nürnberg, äh, an den Pranger gestellt. Oh Gott, da ist der Timeout. Ähm, das ist dran, an den Tempelmann-Gericht, ich hoffe nichts. Nix. Das waren Spekulationen von den Nürnberger Nachrichten, ich weiß es nicht. Was macht eigentlich Mühl? Ich glaube, der zockt aktuell in Las Bez, ja? Der Mann, der, der beschäftigt sich wahrscheinlich mit der Funktionsweise von Kaffeeautomaten, so wie ich seine Storys immer äh, heute. Paddy schreibt hier noch, äh, er kann sich vorstellen, dass der neue Sportvorstand im Vorstellungsgespräch, beziehungsweise nach dem Vorstellungsgespräch, gar nicht den Job bekommt, wenn er sagen möchte, dass er mich mit dem Trainer weiter machen möchte. Das ist tatsächlich auch meine Befürchtung. Aber, da wird, denke ich, in den nächsten Wochen genug, äh, gestiegen werden, von daher bleibt er einfach auch up to date. Äh, wie wär's mit Köpke für einen Sturm? Hast du den nicht in den Timeout gesteckt? Der wurde wieder aufgehoben. Habt ihr über das, ja, ja, genau, wobei, haben wir über das Interview von vielen nach dem Spiel gesprochen? Ja, haben wir. Und so richtig schlau sind wir auch nicht draus geworden, oder, Michel? Ne, nicht wirklich. Also man kann da, wie gesagt, sehr, sehr viel, wie du es auch vorhin schon erwähnt hast, viel, viel reininterpretieren und, und spekulieren. Äh, die einzige Sache, die man vielleicht noch hätte ansprechen können, ist, ähm, wieso der Mannschaft halt diese, diese, diese Laufbereitschaft und diese, diese, diese Gier und dieses, ja, allgemeine, ähm, kollektive Spiel einer Mannschaft halt überhaupt so abgegangen ist. Und dass ich, dass, dass ich das Fjell ja auch teilweise nicht erklären konnte. Aber, ja, das, da, wie gesagt, wir würden halt dementsprechend nur spekulieren. Haben wir so viele Stinkstiefel drin gehabt? Keine Ahnung. Ja, es ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn der Trainer die eigene Mannschaft angeht. Äh, das weiß ich auch nicht, ob sich das dann so gut aufwirkt auf das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Äh, vor allem, wenn der Trainer ja nächstes Jahr die, gefühlt, trotzdem noch einige Spiele aus der Mannschaft trainieren soll. Aber, naja. Sorry, dass er halt immer dieselben auch aufgestellt hat, wo wir auch oft drüber gesprochen haben, wo man dann gesagt hat, ähm, warum, warum kommt nicht mal jemand anders, dass ihm halt auch dementsprechend vielleicht die Alternativen einfach gefehlt haben? Ja, also, dass der Kader, glaube ich, in der Breite auch nicht über die Qualität verfügt hat. Ich weiß gar nicht, ob da irgendjemand widersprechen würde von euch. Also, ich glaube, das war ziemlich offensichtlich, oder, Konzi? Ja. Absolut. Von daher, es ist ja, ich bin ja auch der Meinung, es liegt ja nicht nur am Trainer oder am Sportverstand oder so. Ich finde, es war einfach eine gemeinschaftliches ins Klo greifen diese Saison. Gemeinschaftliches Desaster. Also, von einem Kader, der eigentlich nicht gut genug ist, zu einem Trainer, der oftmals Entscheidungen getroffen hat, die man nicht so ganz nachvollziehen konnte über eine Mannschaft, die gefühlt innerhalb von einer Woche das komplette Fußballspiegel verlernt hat. Das habe ich gelesen, Christian Fell war auch extrem enttäuscht im Training über das Defensivverhalten und über das Rückwärtsarbeiten, wo ich mir dann halt auch denke, ja, da hatte der jetzt auch irgendwie ein Jahr Zeit dafür, irgendwie die Spieler zu finden, beziehungsweise das so zu trainieren, dass das einigermaßen passt. Das hat jetzt auch nicht so ganz geklappt. Ja, gut. Dass die Mannschaft halt einfach auch nicht für das ausgelegt war, was er spielen lassen wollte, dass das ab und zu hier und da mal ganz gut geklappt hat, wenn sie alle einen guten Tag hatten vielleicht, also um es mal überspitzt auszudrücken. Aber das halt einfach für das Spiel, was er durchziehen will und wollte, vielleicht auch einfach die Spieler nicht vorhanden waren. Aber da kannst du im Umkehrschluss natürlich auch wieder sagen, naja, ein Trainer muss halt mit dem arbeiten, was er hat und muss halt auch die einzelnen Spieler auf ihren jeweiligen Positionen einsetzen und besser machen. Und hat er das wirklich gemacht? Hm, ist auch wieder eine Frage. Ja, das ist, glaube ich, also da kann man, glaube ich, in beide Seiten argumentieren. Ich bin auch jemand, der sagt, ein guter Trainer sollte eigentlich, egal welche Art von Spielern er hat, trotzdem es auf die Reihe bringen, ein Spielsystem zu finden, wo die Spieler bestmöglich performen können, weil in der Fußballbranche wird man in seltensten Fällen so viel Zeit haben, dass man wirklich den Kader bekommt, den man möchte, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie bei Freiburg arbeitet oder bei Heidenheim oder bei Elversberg. Aber gut, ähm, Christian Fell, mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ich sehe hier gerade, der ist zum ersten Mal mitgechattet und gleich mal die Frage gestellt, was macht eigentlich Kades Triers? Ich hoffe, er hat sich nicht beworben. Sportvorstand. Ähm. Ansonsten würde ich mal sagen, mir steckt noch jemand Finielsch auf der Sechs vor. Jetzt, glaube ich, werden die Leute verzweifelt. Ja. Dann würde ich sagen. Äh, Match, Match, Reaction, C, No, gegen HSV. C. Ganz entschlossen ist No. Das haben wir ja sowieso immer nur gemacht, wenn die Spiele im Free-TV waren. Richtig. Außerdem hat meine Freundin Geburtstag, deswegen bin ich eh nicht am Start. Also wir werden auf jeden Fall eine durchziehen. An der Stelle schaut bei BeglubbTV vorbei, ne? An der Stelle schaut bei BeglubbTV vorbei. Ich glaube, da werdet ihr genug unterhalten. Ich glaube, das ist die einzige Art von Unterhaltung, die wird dann kommen, weil ich glaube, auf dem Spielfeld selber wird da nicht so viel zu sehen sein. Aber, ich meine, wir haben ja auch gegen den Elversberg nicht geglaubt, dass es zumindest ich nicht, dass es zum Sieg reichen könnte in der Art und Weise. Wer weiß, vielleicht hauen sie ja zum Ende der Saison nochmal einen raus. Deswegen würde ich vielleicht auch den heutigen Podcast abschließen mit dem, mit der Vorschau auf das HSV-Spiel und der bitte, dass ihr mal so tippt. Wie glaubt ihr, wie geht das Spiel aus? Conti? 4-2 HSV. 3-1 HSV. Ich finde es alle optimistisch, dass die Tore für uns tippt. Ich sage 3-0 HSV. Also ich muss halt schon echt sagen, dass der HSV in der Rücken und der wirklich scheiße war. Deswegen glaube ich... HSV, da holen wir halt zu nähen nichts. Nee, ich glaube, das wird ein 1-0 für den HSV zum Mehrstick, glaube ich, auch nicht mehr in der Lage. Vielleicht sogar mal ein Unentschieden. Ich meine, Robert Klaus hat das ja damals auch geschafft. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal wieder. Ich persönlich bin nicht so optimistisch, aber das werdet ihr dann beim Livestream von Beklub TV sehen. An der Stelle nochmal Schleichwirbung erlaubt. Im Chat, der Chat nimmt das Ganze nicht ernst. Einer meint 3-3. Ja, das ist sehr optimistisch. 0-0. Da tippt sogar einer auf den Sieg für den FCN. 1-2-Globe. Okay, die Cannabis-Legalisierung wieder. Da haben wir sie. Ich wollte es sagen. Dankeschön. Wobei man sagen muss, wenn das eintritt, dann gibt es einen extra Lob in der nächsten Folge. Dann musst du dabei sein, weil so viel Expertise und so viel gute Einschätzung, die können wir hier gerne gebrauchen. 5-1-HSV. Okay, da sind wir wieder sehr gut. Jetzt wird es langsam bodenlos. Sollte die nächste Saison so laufen wie diese, dann könnte man sich ja beim Club auch mal überlegen, ob man statt Bier einfach Joints ausgibt. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass der FCN auch mal mehr für die Fans machen sollte. So irgendwie für jedes Gegentor zu Hause einen Bierpreis um 2 Euro reduzieren, wäre ja auch schon mal ein Anfang. Aber ich glaube... Irgendwann Freibier. Ja, eben. Ich meine, wenn man sowieso schon drei Gegentore oder vier bekommt, dann wäre es doch schön, wenn man zumindest nicht mehr für das Bier zahlen müsste. Einer, Michael, schreibt nach Eversberg, glaubt er an alles. Ja. Das ist, glaube ich, dieser FCN-Optimismus, über den wir vorhin geredet haben. Für jedes Gegentor ein Shot-Hoch-Sensing. Das wäre vielleicht was für den Livestream, Michael? Ja, ja. Nächste Saison. Dann würde ich das an der Stelle Alkohol und Alkoholisierung ist ein gutes Schlusswort für den heutigen Podcast. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Jeremias, der heute mal wieder dabei war. Dankeschön, dass du wie immer vor allem mit deinen Cannabis-Anmerkungen sehr viel beigetragen hast. Immer gerne und ich bin auch gerne in Zukunft wieder gerne. Da stehe ich gerne zur Verfügung, meine Cannabis-Anmerkungen hier in diesen Podcast einzubringen. Für Cannabis ist er zu haben. Das ist, das lasse ich jetzt mal hier im Raum stehen. An der Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Michel, der, ich glaube, nach diesem Wochenende und dem Sieg sehr große Lust hatte, heute dabei zu sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dass man sich mal häufiger auch nach Siegen spricht. Das war ja diese Saison, glaube ich, nicht so der Fall. Aber dankeschön, dass du da warst. Mir macht es ja grundsätzlich immer Spaß. Ich meine, letzte Woche hat man wieder so einen Fall, wo du mich angeschrieben hattest und ich dann so gesagt habe, du hast mich ja quasi vor die Wahl gestellt. Aber ja, können wir in Zukunft gerne wieder wiederholen und vielleicht sogar beim, ich glaube, letzte Saison hatten wir es ja auch bei der Zusammenfassung. Die wird diese Saison sehr wahrscheinlich etwas länger werden. Es ist ja doch einiges passiert. Aber ich muss sagen, ein positiver Abschluss oder ein positiver Podcast, der macht tatsächlich schon etwas mehr Spaß, als immer nur sich über Niederlagen aufzulegen. An der Stelle auch Dankeschön an Conzi, der heute wieder ganz vorne mit dabei war, wenn es um das Thema Kritik an gewissen Spielern geht. Gerne, gerne, gerne. Den bringen wir jedes Mal unter. Ich wollte es dir keine einzelnen Spieler nennen, aber du, Dankeschön an der Stelle und ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass heute wieder so viele dabei waren. Also wir waren über 50, teilweise sogar 60. Das ist für unsere Verhältnisse extrem viel. Ich hoffe, wir haben euch abgeholt, ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Wir haben ein bisschen was aus unserer Seele und auch so eurer Seele gesprochen. Und dann will ich sagen, sprechen wir uns beziehungsweise sehen wir uns nächsten Montag wieder, wenn es darum geht, die Saison dann auch endlich abzuschließen. Endlich! Und an der Stelle kann ich eigentlich nur noch sagen, Servus an euch da draußen. Servus! Servus! Ciao! Servus! 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 Servus!